vorbereitet auf was muss ich hier vorbereiten warte warte zu spät ich habe schon nein es läuft schon die kommen alles kaputt panik bananen was ja auch das ja denke okay habt ihr alle eure teams gewählt teams da tasty da kann ich irgendwie farben aus keine ahnung ich kann die farben auswählen für dich ach danke dann über eine andere farbe ich möchte nicht rot sein grün ja bitte ja natürlich das hat uns grün sein die sechs wir mal das sollte passen habe mehr als sechs aber ist okay die anderen zählen ich habe jetzt stream heißt auch würmer und ihre folgen okay ich bin bereit du musst noch bereit klicken ach so ja ich habe bereit geklickt ich weiß nicht was ich jetzt gleich tue aber das wird großartig auch nicht ich habe keine ahnung ich habe das spiel selbst start ist auch das erste mal zu das ist gut alle keine ahnung dass das wird das wird das ist spitze das ist super was muss ich tun muss alle töten das weiß ich aber betreten was soll ich da betreten ich weiß nicht was ist das ist das da was das ja du kriegst vielleicht roboter was soll das ist wo kriegst du roboter ach das war leer ok damit grüß ich 9 9 übrigens wollte ich immer sagen und sind beim alter was war das was explodiert ich weiß nicht was ich getan habe sie wussten vor allem er heißt sweet ja das doch auch er ist total niedlich warte mal was weiß es springen dass man eingabe ja er spricht genau wie du kämpfen ja und was war waffenrad ja ok ich weiß nicht mehr ich hab schon vergessen das scheiße doch keiner wissen dass ich mir jetzt etwas merken muss auf die zeit zeit ne ich kriegst warte war c x g t scheiße wo war das waffenrad ich hab angst hatte das ist rennseite das ist eindeutig waffenlinie also f1 was ist das denn das ist wmd oder wmd ja es gibt kein waffenrad doch rechts grüßte mausklasse scheiße ja jetzt also haben sie sekunden was ist das hier alles was auch was kommen also das hat überhaupt nicht funktioniert das war ein torpedo richtig vermutlich wir haben vermutlich eigentlich stimmt mit rechtem auslassen muss man gucken eine lea mascher das ist die captain ok da muss ich mich selber abschießen oder war ja und wieso hänge bilder von trump ist das eine mine das ist eine mine kann ich jetzt noch irgendwas machen glaubt ich wie spicy sour bitter was habe ich für die du hast hast die genommen ja naja ich finde es gut weil aber wer ist eigentlich wo ich muss mich auch selber abschießen sich das richtig ja verrückt basuka hat er gesagt kann ich erzielen so so trinkt das mal kaffee das geht nicht das geht nicht gut ich sag dir das was war das das geht nicht gut doch das warum hat er nichts getan nicht das hat er grüß ich grüß sie habe ich jetzt wieder verteidigen dankeschön wieso steht auch bei mir immer diese roboter um das habe ich denn hier alles cluster bombe schrot blinde uzi leckerer warum schlägt was das denn was am werfer scharf hier wo wechsel ist ja er gibt es hier als waffe sozusagen fertigung eine fertigung was ist fertigung was seltsam kann sich anscheinend irgendwie waffen bauen aha stehe muss man die items dafür erstmal einsammeln oder so mit sicherheit aber ich habe ja keine gesehen ach vielleicht noch was soll der sparen was soll was soll der geiz auf bitter lass bitter in ruhe nach verdammt das war das war super das war episch ja mit der hand aber die casinos kennen wir tatsächlich schon aber gerade hat nicht so haben nicht so wirklich viele leute bock auf kreter trotz casino ich habe es mir angeguckt ich finde es irgendwie nämlich albern ehrlich gesagt okay wer bist du dran sein ich bin gerade ja hatte das blues oder richtig da drinnen ach in der hot dog laden kann ich aber wie mache ich das jetzt noch mal warum nicht floh warum hat gar keinen schaden gekriegt doch der krieger wie heißt der jazz hands ja gut ist das maschine floh weißt du der verträgt einiges der kriegt alle das muss das abkönnen haben in einer stunde einer stunde drei millionen was in einer stunde drei millionen gemacht im casino sehr schön macht es schon süchtig hat er macht schon nichts anderes mehr was willst du das leeren ruhe ich habe angst ja ich meine ich mag dich ja echt ja weißt du aber aber irgendwo hört es auf aber unter den rücken und in den rücken ja hast verdient hot du hast aber selber schaden gekriegt dafür jetzt ja komm ich bin jetzt über so eine sehr spannende kombination da steht auch noch ein hubschrauber guck mal links auf der anderen seite ja klar ja ist klar wird das übrigens sehr gut dass lea mascher und dahinter steht hot die weg vom panzer niemals hat den panzer das klingt aber es war gut wie die zieligen genau also damit geht es los ich mache ich mir naja perfekt ja jetzt spricht was ich selbst das geht nicht sehr schön hat ganze elf punkte gebracht das habe ich gestern auch schon gefahren habe ich auch schon gefragt wenn wir keine zeit ausgemacht aber ich denke mal so ging jetzt oder so ungefähr um die uhrzeit würde ich sagen also 22 22 uhr ja so umgedreht eine granate kann man werfen oder bestimmt ja davon aus ich habe das ich habe das ich habe das ich kriege aufs maul das ist ja das ist wie so als ob es ein steinwürfst du gegen so einen panzer kling wie kann ich noch mal springen ja schon gesagt so 21 also denke ich oder doppelklicken masse salto ok gut zu wissen nein nein keine gute idee nein 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 nicht der panzer das ist noch heil maschine floh ja maschine floh oder ist jetzt ein panzer natürlich lea jetzt ist lea dran yes was ist das hier maschinengewehr will ich mich umdrehen damit ne scheiße genau ich schieße in den himmel dieses geräusch echt das ist der brenner das ist der brenner genau dafür bunker bombe was ist hier unten für zeug jetzt salty ich habe salty cool ich habe salty das ist ja lecker ich kann mir lecker ah cool achso verstehe man hat so man hat hier unten bei dem waffenrad hat man so gegenstände und damit kann man sich scheinbar waffen bauen muss ich gleich nochmal gucken wenn ich fertig bin ach ja okay ach ja fertigung ah fertigung ah verstehe ja 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 okay na was nein das war die Gegner neben du hast drüber geschossen spring komm du mir mal entgegen komm du mir mal entgegen komm du mir mal nach Hause ach Gott ja lea hat schon gleich den Käpt'n zu hier den Commanderhut auf äh 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 was ist das macht das interessant aus auf jeden Fall keine Ahnung was das ist könnte bummen machen das macht bestimmt bummen was soll das sein warte äh irgendwie dieser dieser schleck schleck oder so dieser ich glaub schon okay na denn gib ihm äh ach so warte wer wisst was ist passiert hä wir sind alle ganz gespannt ich kann da gar nichts machen damit nein echt nicht der Tasse na denn dann halt Granaten na genau hui einfach mal irgendwo hin hab ich irgendwas getroffen ne ne nur den Helikopter so ein bisschen ja super das stimmt der sitzt aber auch doof wo sitzt du denn da drinne aha aha voll so im Hochhaus drin ja hört mich verscheißt ja hört mich verscheißt ernsthaft ernsthaft wirklich nein oh Gott ah nein was nehmt das stirb oh scheiße krass das ist ja voll OP das Ding ja der voll oh nein wir leben noch Gott warum mein Purple Light ist fast tot ne ich glaub das bin ich der tot ist oder aber scheiße das Dream hängt sich die ganze Zeit auf oder ist das ja doof ach Spielwehr ist auch am Start echt ne na ich mein jetzt hier du bist grad mit Spielwehr dran ach so ja ja der Wurm der Spielwehr Wurm Spielwehr Wurm so was haben wir denn hier schönes was ist das hier Teleporter ähm 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 oha ah ah boom ach toll 15 krass das war jetzt nicht besonders gut verdammt Spielwehr ähm ähm was hast du bekommen ähm Ninja Ninja Seil oh okay Moment kann ich dann da irgendwie runter ja also es gibt falsche es gibt ein Teleporter es gibt ein Ninja Seil ja Brenner äh 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 da ist er was ist das falsche jay 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 was war das ne der Faust nach oben hä warum nach oben weiß nicht war die nach oben du kannst wenn du den neben dem stehst glaube ich kannst du den so nach oben boxen ach so denke ich auch okay ist schön dass ich so viel Ahnung von dem Spiel hab ja das geht mir aber auch nicht anders als ich möchte äh was haben wir hier noch so was also hast äh Starlust 22 Uhr nochmal falls es morgen soll ich sagen das hat schickt ihr nachher noch den äh TS so wollte ich gerade schon machen aber ich kann gerade nicht weil ich irgendwie verpackt das geben gerade meinen meinen ganzen desktop ach so wunderbar äh 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 was ist das denn jetzt was war das was war das also es war lustig das war der Wohnschick aha okay warum hat der denn bei mir nicht funktioniert eben vielleicht weiß ich nicht vielleicht hast du die falsche Taste gedrückt ich weiß nicht bei mir hat er sich bei dir überhaupt aufgeladen ich glaube nicht ne so kann ich denn jetzt oh shit ich bin ja voll eingesperrt er hat sich gerade komplett verpackt sehr interessant ja Starlust ich schick dir das auf jeden Fall gleich nochmal wenn ich hier irgendwie wenn ich aus dem Spiel raus bin oder so weil ich habe gerade nur einen Monitor warum auch immer okay ich bin eigentlich da unten ich habe jetzt irgendwas hergestellt das dauert jetzt anscheinend eine Runde oder so äh 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 bam tschüss ah bam hihihi sehr gut oh my god let's go alles klar 20 Minuten passt sehr gut Starlust wunderschön wunderbar wie war das mit dem Spiegel oh nein Spiegel nein nein ich weiß nicht weiß ich nicht äh 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 wird Enter ja genau Doppel Doppel Enter ist quasi Rückkugsrolle oder so ach ah okay hah verdammt komm schon kje 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 kjeA ich komm da nicht hoch kje 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 ok warte nein zwei sekunden zwei sekunden du hast glaube ich gerade die zeit runtergedreht zwei sekunden nein warum kann ich das so wieder nicht an dings nie ja ich will doch was machen was haben die denn für eine beknackte flugbarn das ist schon entgegen geballert oh nein der roboter geh weg das monster oh mein gott wo stehe ich hier habe ich auch noch was anderes ne habe ich nicht bringen sei durch den springfall die weg da war gekriegt ja jetzt komme ich das bruce ist auch gut es sind diese vorgefertigten dinge ja was ist das denn komischer hand jakku nimm das das klingt schon gut komischer handy akku ach nee hand jakku ach scheiße und warum musst du mir so komische sachen sagen ja echt mal mit der hand jakku immer dieser brother ring ist das wirklich mal also meine verlieben ist hier oh mein gott ahhh mann warum stirbt der nicht da ist doch einer ist doch gestorben der hand jakku ach scheiße haha oh nein was warum ist da der jetzt ein auto warum kriegen die ein auto Moment habe ich noch ein fallschirm oh stahl gesagt wir waren in den letzten tagen immer mit nico und im kamo unterwegs und langsam kommt der geschmack schiffe zu versenken du versaust uns die hallo das könnte ich alles franzosen sein das ist jetzt mein ding abgestürzt hallo achso nein nicht ins habsch nein wer aua wir sind noch freunde freunde hat das irgendwas gebracht jetzt bestimmt kommt das hinterher 30 kommt immer erst so spät ich glaube erstmal deine runde vorbei ist ich weiß dann du kannst dich danach glaube ich noch weg bewegen oder so ja so ein bisschen kannst du dich noch bewegen auf der hot dog box natürlich ok wie komme ich jetzt da unten weg springen oder aussteigen nein nein ich lass meinen roboter nicht zurück doch nicht dass du da gleich reinfällst ich klemm da drunter ich kann da nicht weg fahren aber ja das sieht echt so ein bisschen so aus vom auto eingeklemmt ja auch meine meine okay sie waren ja auch nicht anti bvp wir sind ja auch nicht anti bvp so wie komme ich jetzt mit dem panzer hier kann ich mit dem panzer springen doch eigentlich sind wir anti bvp ja doch ich bin anti bvp ja ich kann mit dem panzer springen ich sage mal wenn ich pvp zocken will dann kann ich auch co d und so ein scheiß spiel oder papi oder papi genau außerdem stand und guck dir die geschichte von carbo und nico an wenn die pvp gezockt hätten hätten die sich noch weiter ja jawohl wie da ist ein loch drin steckt mit seinem panzer aber das ist auch so passend dass maschine vor dem panzer sitzen ja auf jeden Fall das stimmt hihihi 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 mhm toll oh schön erstmal versuchen da irgendwas zu machen ne nein nimm spicy warte das hatsch gewinnt kann ich hier nein 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 nicht das lea steht auf die faust die faust ist morgens da hier ist schnell weg oh ja oh ja mein panzer 22 aber der panzer explodiert gleich ich sehe schon kommen nein nein er holt sich mut nein verdammt was habe ich denn noch so in meinem arsenal was habe ich so lustiges hier was ich immer machen kann ich könnte auch mal das hier testen die ne das ist doof und das andersrum haha der starneut hat den test gemacht die haben sich mit dem fass einsaugen lassen und da passiert anscheinend nichts außer dass man selber stirbt der klassiker das war knapp die hälfte verloren krass jetzt gleich wieder rache habe ich hier beziehungs kampf malbruch grüß dich ja zur abwechslung mal was anderes heute ja auf jeden fall er kennt man keinen bock mehr auf die us hieß nein es stimmt nicht jeweils das so kann man nicht auch wie die richtung wechseln was du da machen willst ein bisschen luft anruft machen obwohl das kann ich auch hier haut gleich wieder die folge luft angriffen da machen ich bin fast tot oh ja hat mich viel gefehlt na toll 9 mal wo grüß dich ein klassiker jawohl spring nicht runter pass auf die bunkerbombe oder ist die bunkerbombe ja bringt das irgendwie was ja der bohrt sich glaube ich durch das durch das hierdings durch durch den boden sowieso ich mache mich selber tot neu er hat sich früher auch mal so schafe wo die scharfe konnte ist also ja jetzt auch wenig zu gucken oder hat er gerade gesagt du bist gay nein jessens aber hier noch so eine heilige handgranate ja holy shit die heilige handgegangen von anter und da ja auch ich glaube das geht nicht gut sagt jetzt glaube ich richtig groß und bums das ist ja nur angst ja ich habe angst ich habe dir was passiert wenn es falsch geht oh fuck oh god oh episch oh god aha Ich hab auch noch Schaden vom runterfallen gekriegt. Und jetzt noch Schaden vom Panzer? Ja, echt, ey. Oh Mann, ey. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Auf jeden Fall. Ja, merkt man. Ich kenn mich aus mit Würmern. Okay. Was ist das jetzt hier? Das jetzt gut ist, sei mal dahin gestellten. Natürlich, besser geht's nicht. Siehst du doch. Nein! Was, Steakmesser? Oh wei. Ah! Nein! Spielmeer! Okay, der war gut. Spielmeer, nein! Auch so passend irgendwie, ne? Aber es ist gerade wirklich so episch passend. Wie gut die Captains Crew im PvP gerade hier ablöst, ist das doch episch. Nimm das Auto! Wie kann ich denn da rein? Mit E. Mit E, ja. Ist doch echt schon kaputt. Ah, so ist es schon kaputt. Nein! Ja, fast. Brumm 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 brumm. Äh. Ähm. Was genau machst du da leer? Das sieht... Was genau ist das, wenn es fertig ist? Das sieht komisch aus. Macht du das Schaden? Ne, ne? Heia! Was, äh... Hat das jetzt Schaden gemacht? Ja, ein bisschen. Weiß es nicht. Ja? Das sah auf jeden Fall... Naja, doch ein bisschen. Doch, ein bisschen. Oh, 17. Nett. Ja, gut. Es sah irgendwie sehr komisch aus. Oh Mann, Mann, Mann. Ich bin... Sorties wieder dran. Ah! Oh! 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 Don't! Ja. Oh, war auf zu schießen! Hast du ihn gerade runtergeschmissen? Ich glaube, ja. Nein! Ich wollte den Dodo haben. Jetzt hänge ich doch mal in den Felsen fest. Ah, Sargent, nein! Ist das mein letzter? Ja, natürlich... Das ist der Sargent, wer der letzte ist, der lebt. Was soll ich dazu sagen? Oh, scheiße. Ja, sorry. Oh, schön. Wow! Bam! Der Pocki! Oh, Mann. Gibt's hast du nicht mein letzter? So ein Scheiß. Würde auch sagen, wenn du hast. Ne, du hast noch Lea. Achso, Lea lebt noch. Lea lebt noch. Die sitzt ganz oben rechts. Jetzt im Loch. Na, sehr gut. Ja. Also, ihr könnt bei dem Herstellung, ihr könnt euch da irgendwelche Sachen bauen, ne? Also, wenn ihr rechts aufmacht, aber bei Herstellung könnt ihr... Ich hab mir da auch den Handy... Den... Den Handy-Aku gebaut. Hand-Jakku. Hand-Jakku. Den Hand-Jakku. Den Hand-Jakku. Wie kann ich denn jetzt hier diesen Wurm-Wechsel machen? Wurm-Wechsel. Äh, da gibt's dieses Wechsel-Symbol, oder? Ja, hab ich jetzt gemacht, aber wie wähl ich das denn jetzt aus? Auch so mit normal? Mit... Mit Schießen? Okay. I'll go. Ja? Ja, ich glaub das hast du gerade, ne? Ja. Mach mal Tab. Drück mal Tab. Tab? Ja. Ah, okay. Ja, dann okay. Dann war's Tab. Okay. Es ist ein Rocket League-Car. Okay. Echt? Oh, Moment. Ich muss noch was machen. Schnell! Ah! Ich bin schnell weg! Ah! Ich bin schnell weg! Ah! Nicht nur mehr! Ich komm nicht weg! Bam! Bam! Na super! Ah! Das ist Bruce! Oh nein! Der hat nur einen! Bam! Was? Ja! Scheiße! Nein! Der hat auch noch einen! Ich hab noch einen! Ich lebe noch! So, schnell! Wird das nix! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Sun Death! Gibt's jetzt Fallout? Nee, Sun Death! Das ist Wassersteig jetzt! Ach so besser! Ach so besser! Ah! 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 Okay! Komm nicht weg! Ich kann nichts machen! Scheiß Technik! Scheiß Technik! Oh! Oh! Oh Gott! Das Wasser kommt! Ah! Ja! Lea ist und lebt noch! Ganz oben! Sehr schön! Hell yeah! Hell yeah! Hey! Ich spiel an meinem Handy! Lauf damit! Wie er da sitzt mit seinem Handjaku! Stirb! Au! Oha! Die! Ja! Oh Gott! Er sauft alle! Nein! Du hast die einzigen Würmer, die jetzt noch oben stehen! Recht weit! Ich weiß! Komm ich da hoch? Äh! Vielleicht mit rückwärts und dann hoch? Nee! Da komm ich nicht hoch! Nee! Du hast auch noch einen Teleporter und ein Seil, ne? Und sowas hast du auch noch! Ah warte! Ja! Oh Gott! Wo ist das? Irgendwo unten! Renner? Nee! Ninja Seil! Das? Zum Beispiel! Okay! Nö! Ah! Bang! Schnell noch 20! Hä? Nein! Du musst dich denn hochziehen irgendwie! Ja! Irgendwie! Okay! Ja ich glaub mit hoch und runter! Mit hoch und runter! Ah! Nein! Geh weg! 10 Sekunden! Geh weg du blödes Ding! Du hast mich los! Ich glaub du musst wieder geleert hast du drücken! Nö! Nee! Äh! Denn rechts, links! Nö! Ah! Super! Aber ich bin zumindest ein bisschen weiter oben mit dem! Ja! Hm! Okay! Ich muss ihn opfern! Oh! Jetzt geht's los! Kann ich Wurm wechseln? Äh! Auf dem Wurm wechsel unten rechts und dann... Unten rechts? Ja! Äh! Dieses wechselding! Diese weißen Pfeile! Dreamer! Grüß dich! Komm noch nicht hin! Ach jetzt! Warte! Dann? Dann auswählen! Dann leertest du glaub ich! Und dann mit Tab wechseln! Also bist du dieses Wechselsymbol oben drüber hast! Dann krieg ich nicht! Okay! Leer wir es los! Wurm auswahl! Wurm auswahl! War ja egal! Mit Tab und dann nochmal schießen, sozusagen! Wenn man da ist, wo man sein will! Ah! Was tust du? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Das gibt Gas! Oha! Das gibt noch einen! Bamm! Okay, gut! Jetzt nicht mehr, oder? Jetzt ist dann nichts mehr übrig! Jetzt habe ich alle meine zwei Würmer getötet, aber auch zwei mitgenommen! Oh dear! Ah! Dreamer! Grüß dich! Na Ben! Bamm! Ah! Und weg! Die Flut kommt eh! Was soll ich machen? Gott! Der ganze Würmer ist still also weit unten! Der Käpt'n gewinnt das noch, weil seine Würmer alle oben lagen! Das stimmt doch! Ja! Keiner wissen, dass der Käpt'n hier mit Sintflut eingestellt hat! Das ist, was hat er, das wusste ich auch nicht! Gut, ich habe noch meinen Zoll, der sitzt im Hubschrauber! Hä? Da habe ich irgendwo Ton! Ach, hier habe ich noch Ton an! Scheinbar! Nein! 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 Die verdammte Bergspitze! Du hast das Hotel kaputt gemacht! Verdammt! Oh Gott, ich muss hier weg! Ah! Ich auch gleich! Nein! 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 Spring doch! Eh! Eh! Los! Spring! Was macht er denn? Nur einmal drücken! Nur einmal drücken! Ja einmal drücken! Damit springt er ganz einfach nach vorne! Ah, okay. Ja, gut. Muss man auch mal wissen vorher. Okay. Kannst du dich auch teleportieren, ne? Ja, Notfalls setzt du noch ein Teleporter. Aber gut, andererseits auch nicht clever, wenn sich da unten versteckt. Ha! Okay. Ja, gut. Ich kann aber auch nichts mehr machen. Springseil, dann ist quasi den Zug beendet. Okay. Kann ich helfen? Einfach drücken. Äh, schießen. Oh Gott. Nein! Solti! Okay. Und du, Solti, schafft es nicht mehr. Der hängt total fest da. Ja. Vor allem ist er auch nicht mehr dran vorher, glaube ich, bevor er untergeht. Ja, ganz schön, schön da oben. Tschüss! Tschüss, ihr Trottel! Oh, Solti! Der mit dem Fluggerät. Ja, der war kaputt, der konnte nicht mehr fliegen. Hatte keine Flügel mehr. Warte mal, hab ich auch noch zwei? Wo ist der mein Zweiter? Weiß ich? Nur Zweiten irgendwo? Boring! Nein! Boah, Käpt'n, der unglaublich unfassbare Schütze. Er hat ein bisschen getroffen. Ein bisschen. Auf die Entfernung! Das war ein bisschen wie bei PUBG. Ja, da! Hauptsache vorbei, weißt du. Du hast fünf Mücken getroffen, 18 Fliegen, aber nicht den Schmickler. Ja. Moment, Teleporter. Welches ist das? Da. Ja, Bedienung. Komisch, genau. Wirklich? Ich hab nur noch einen oben. Warum? Verdammt! Hab das gewusst. Kann sich danach nicht mehr bewegen, ne? Ja? Geht das? Ja, geht. Ja. Ach, verdammt. Ich hab gedacht, ich könnte mir dann dieses, dieses Held-Dings da holen. Nein! Nein! Nur Arsch! Oh, nö. Ah, das wird doch nischt. Das wird doch nischt. Ah, nein! Ja! Soll ich die falsche Tastse machen? Ja! Wunderbar. Ganz toll. Ganz toll gemacht. Nein! Präsent? Just for me? Warum? Präsent? Just for me? Yes, sir! Präsent? Oh, scheiße. Was zur Hölle? Äh. Sie raus. Ach so, ein Jetpack gibt's auch noch. Ja. Okay. Bösartige Drohne fertiggestellt, aha. Loser! Hat das auf mich abgesehen? Na, was passiert? Warum? Warum? Was war denn da? Warum? Was war denn da? Eine Fliege. Wieso? Oh, oh. Lea muss nur mal retten. Okay, Moment. Da ist ein Teleporter. Dann ja. Ich glaube, zwei. Also ich hatte zumindest zwei. Na so. Einig. Oh, scheiße Lea. Ich glaube, warum schafft es nicht mehr? Nee, der schafft es auch nicht mehr. Das war mir schon klar. Deswegen habe ich den anderen jetzt gerettet. Der hat ein bisschen mehr Leben noch. Was habe ich denn hier noch so? Was kann ich denn noch mal Schlimmes machen? Was kann ich euch noch Schlimmes antun? Oh, da liegen so viele Kisten damit, ey. Ist ja krass. Oh, oh. Du weißt schon, ist leer direkt. Was ist ein U-Boot? Hä? Was macht der denn? Was ist das? Das ist eine W1-Rakete, die habe ich gerade gebaut. Okay. Kommt ihr auch mal an? Hallo. Was ist passieren? Wo ist denn hier die Gang? Weiß es nicht. Nicht da, wo sie hin sollte. Da kommt sie. Nee, diese Kiste. Okay, so viel dazu. Das hat aber nicht gedacht. Sehr gut. Na toll. Ja, super. Habe ich so'n Scheiß gebaut und weiß gar nicht warum? Scharf am, was? Scharf am Stil? Am Stil? Was? Scharf am Stil? Oh, ja. Was haben wir denn hier schildert? Was macht denn das Scharf am Stil? Am Seil. Was macht denn das Scharf am Stil? Eine Handjaku. Eine Handjaku. Eine Handjaku. Oh, schön. Bäh. Bäh. Barabbomben waren immer cool früher. Die haben sich nicht geteilt oder in eine Richtung gesplittert und so. Weiß nicht mehr, oder waren das die Bananenbomben? Das wird nix. Nein. Kannst du dich. Aaaaaaah. Warum? Wie er das ganze Hochhaus zerlegt, ey. Fällt erst das Hochhaus zusammen, wo ich dann was treffe. Ah, scheiße. Ja, das ist dein Plan. Du willst einfach nur das Hochhaus zersägen, dass das auf mich drauf fällt und leeren ins Wasser stecken. Ja, Panzer. Warum? Neue Panzer für mich. Oha. Okay, Moment. Habe ich noch irgendwas? Aber was ist das, was Sarge war? Das hat keine Ahnung. Vielleicht kommt das die nächste Runde runter, wenn du dran bist. Ja, irgendwas ist ins Wasser gefallen, aber ich habe nicht gesehen, wo. Okay. Wird übrigens auch sehr episch, dass Sarge in Hand fahren und Lea und Masha noch überleben. Ja. Das stimmt allerdings. Nein. Nein. Sarge. Nein. Ich wollte eigentlich beide erwischen. Oha, fuck. Das ist nur eine Fleischwunde. Das ist nur eine Fleischwunde. Das ist nicht schlimm. Es ist ein Dodo. Oha, scheiße. Das ist Brutein. Er hat mich auch der Meinung. Warum? 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 Ich habe dir nichts getan. Du hast mich nicht erklärt. Nein. Das endet schlecht mit mir. Ah, scheiße. Das endet schlecht mit mir. Glaube nicht. Nein. Du erzielt. Ja, warum? Grüße, Nayu. Ja, warum ist auch was Neues? Stimmt schon. Hi. Hi, Nayu. Na toll. Okay, warte. Kann ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles tun? Du hast auch noch Granaten und, 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 äh, Dynamit und so. Weiß nicht, was du noch so hast, aber. Sowas da vielleicht? Weiß nicht, was du noch so hast, aber. Was ist das? Clusterbombe? Ah, ja, ich würde vielleicht eher was nehmen, was, äh, vielleicht die heilige Handgranate oder so. Habe ich sowas? Müsst es eigentlich haben. Oder haben wir alles gleich jetzt mit? Aber pass auf, dass du dir nicht direkt vor die Füße wirfst. Ja, das wäre ärgerlich dann. Mit großen Bums. Lea, aber wir sind doch Freunde, Freunde. Okay. Oh, shit. Nein. Oh, nein, nein. Ja. Oh, nein, Mine. Oh, nein, das ist doch so gut. Das ist doch ehrlich. Nein. Oh, nein. Ach, das war mir lehre. Aber Spicey hat gewonnen, das ist gut. Ich finde auch gut, dass sie gerade die Herungenschaft freigeschaltet haben. Ich bin dein Vater. Was? Was? Ja, oberwoh. Guck, wir haben Spicey. Nein. Hi, der, hi, der, der immer nur im Hintergrund ist. Wer? Wer ist das? Wer ist das? Hi, Kling. Gierig. Ich bin gierig. Warum kriege ich gierig? Oh, was war das? Das war ein Klassiker. Ich bin, oh. Oh. Ich bin, oh. So ein Mist. Regenwald. Können wir die Nuss einstellen? Mehrere Inseln. Höhlen. Höhlen? Ach so, das ist jetzt Runde 2. Ah, okay, verstehe, verstehe. Ich habe noch gar nicht gewonnen. Ah, ja, okay. Noch nicht. Wie viele Runden sind das? Drei, also drei gewinnen. Entweder muss man drei gewinnen oder? Drei gewinnen, ja. Ah, nee, genau. Ja. So, so. Gut so, Höhle. Komm, komm, mach. Mein Gott. Alles schlimm. Ach so, ich muss ja bereit drücken. Entschuldigung. Nintendo hast du Worms gespielt, okay. Eigene Maps gebaut. Ja, das war auch gut. Der Map-Edit war auch ganz gut. Das habe ich früher auch gemacht, aber halt mit dieser Standard. Ich weiß nicht, Worms 2 oder so glaube ich war, habe ich damals. Ja, ich glaube, Worms 2 war so der, ja. Der Shit. Der Shit. Hä? Ach so. Ja, wunderbar. Das bewusst ist, dass ich meine Firma noch. Sind das Flammenwerfer? Erstmal anfassen. Was ist das? Erstmal anfassen. Klassiker, oder? Erstmal alles ausprobieren. Wie? Das sah eher nach einer Hilfe aus. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, hat aber ganz schön. Aua. Kannst du in Aua gemacht? Aua. Aua. Vorher ist es dann da oben, schon da oben katapultiert. Ja. Das sind eigentlich meine ganzen Würmer. Einer ist da drin. Da ist nur einer. Da oben sind die beiden jetzt. Habe ich noch vier? Nee, 6. Haben wir nicht sechs? Ach, hier rechts sind noch welche. Ah ja. Oh, rechts sind nur zwei. No shit. Oh, boah. Jetzt Hunger auf Erdbeeren. Ja, das Bruce, das sieht so aus, als sitzt das nie da so voll auf einem fetten Erdbeeren. So. Ehe. Kann ich da dran vorbeischießen? Weiß nicht. Lass noch reingehen. Stimmt. Na, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Nein, Maschine. Flo, nein. Ui. Bamm. Jawoll. Flo, bamm. Ah. Aua. Ach, Flo, den Kopf in seinen Stecken. Alles wird gut. 50. Krass. Das war gut. Das war 50. Hä? Was? Oh, was ist da erschienen? Achso, bei Tommy. Voll der Höhlenwurm. Was haben wir denn hier so schön? Was ist das eigentlich? Halträger? Einfach mal ausprobieren. Einfach mal ein Klassiker, das stimmt. Achso. Und was mit bauen. Ah, ja, okay. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt wieder, ja, so die Comicrichtung orientiert. Also, ich persönlich mag das. Hahaha. Ich glaube, das ist einfach nur zum, um sich durch, irgendwie durchzubohren. Das kann durchaus sein, ja. Stahlträger, ich wollte es mal ausprobieren. Keine Ahnung. Na ja. Aber doch, das ist ein 30. Ja, doch. Wahrscheinlich nicht reinhauen. Wahrscheinlich jetzt auch über die, äh... Ja, guck mal, jetzt hast du da so ein Loch reingemacht. Stimmt. Gott. Ja, ich habe neulich ja auch mit, äh, mit Flo dieses Worms 3D gezockt. Das war eigentlich auch ganz lustig. Bougie Spezialsoße. Aha. Was? Bougies Spezialsoße. Hab ich gefunden. Achso. Ich dachte, du hast schon wieder von Daisy. Nee. Das sind wahrscheinlich so, glaube ich, Bauteile, die ich jetzt gefunden habe. Ah, ich habe es auch gebaut. Auch gerade. So noch dran eigentlich, du bist noch dran. Naja, ich weiß nicht so richtig, was ich mache. Das ist nichts Neues. Meine beiden Sommerer, das ist nichts. Das wird ja nichts. Na, verdammt. Bam! Doch. Doch. War lustig irgendwie. Das schlitzt da jetzt in der Klamide. Ja, echt. Loch reingebohrt in die Auswand. Ja, ich habe es reingeschweißt. Das ist schon wieder dran. Schon wieder an der Stelle. Das gibt es da gar nicht. Kann ich da irgendwie hochkommen? Ja, doch. Denke schon. Kannst du, glaube ich, hochkommen? Einfach? Nee. Ja, da musst du springen. Also rückwärts rüber, würde ich sagen. Rückwärts? Also doppel und dann rückwärts. Äh. Ach Gott. Nee, das ist mir zu kompliziert. Ich mach was anderes. Nee, das ist mir zu blöd. Ähm. Was macht das Schaf? Ich bin mir nicht mehr explodieren irgendwann, aber ich weiß nicht wann. Nee, das springt, glaube ich, irgendwie über die Karte so. Ja, und irgendwann nichts passiert. Ein Leo, gerade dran. Ich sehe es gar nicht. Äh, äh. Ach da. Ach, Scheiß drauf. Lauf, Schäfchen. Nee. Oh Gott. Nein, nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich weiß es nicht. Rücken mal Leertaste oder so, wenn du meinst. Ah, okay. Und, musst du es fernzeln? Ja. Okay. Ah. Super. Mir war irgendwie jetzt, ist mir jetzt auch gerade so eingefallen. Ja, stimmt. Rumhüpfen. Als ich das habe rumhüpfen sehen. Sorry, Schaaf. Sie sah so niedlich aus. Warst du getötet. Warst du in die Luft gejagt. Was war denn das? Aber dann frage ich mich, was das Schaf am Seil war. Was macht das denn? Schaf am Seil? Ach so. Rennst du vielleicht dann nicht so weit weg? Kann auch sein. Er weiß ja auch nicht mehr, was die ganzen Dinger hier alle so alles können. Verhalten wir eigentlich die... Ach so, ich glaube, wir haben die gleichen Waffen wie beim letzten Mal auch noch, ne? Mhm. Ja, weiß ja, wo du freispielen musst oder so. Aber wie war kannst du das bauen? Ja, aber ich meine jetzt, du kriegst, glaube ich, jetzt nicht wieder... Vorher hatte man ja so eine heilige Handgranate, die habe ich jetzt nicht mehr. Ja, du kriegst, der Schalt ist erst noch ein gewissen Rundenanzahl frei. Oh, das war mir soweit. Ja. Oh ja. Na ja, gut, egal. Ja. Das ist mal hin und voran. Ja, das war nicht so effektiv. Na ja, mal hin. Ich habe zwei von meinen Würmchen getroffen. Ja, so leicht angekratzt. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel einen Baseballschläger verbrauchst, hast du wahrscheinlich nächste Runde auch nur noch einen statt zwei oder so. Ja, genau. Hält sich also für die Runde. Hat sich das Ding schon fertig gebaut? Ja. Echt ungewolltes Geschenk. Ach so, man kann auch Dinge wieder auseinandernehmen. Ah, ist klar. Ich weiß nicht, was das macht, aber... Feuer! Oh, ich muss hier weg. Ungewolltes Geschenk. Nimm das. Nee, wirklich ungewolltes Geschenk. Okay. Ja? Und jetzt? Und jetzt? Warum? Weißt du, warum ist nichts passiert? Deswegen ist es halt wirklich ungewollt und es funktioniert auch nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist... Was tut es. Warte, Lea, ich mache ein Selfie, wie du mich umbringst. Ja, ding. Sehr gut. Kann ich nochmal? Voll episch. Warte, warte. Hey, hör auf jetzt, das reicht. Lea, ist gut. Wir sind doch Freunde vor euch. Ich habe da jetzt ein Selfie gemacht. Oh, oh, das Geschenk ist explodiert. Irgendwas passiert mit dem Geschenk. Ja, es brennt. Oh nein. Es brennt weiter. Oh nein. Das brennt zweimal. Ich habe Angst. Aber warum sind meine Würmer alle an so komischen Plätzen? Echt ungünstig da. Bisschen. Hast noch die Seile. Oder Fallschirm. Nee, gerade. Allschirm ist auch blöd, das ist eine Mine. Schön. Was ist das? Das ist wieder das Maschinengewehr? Sorge, ja. Sieht anders aus. Irgendwas anderes, glaube ich. Bamm. Jetzt ist es explodiert. Jetzt ist es explodiert. Krass. Hm. Zeit verzögert. Was haben wir denn noch? Können wir noch was Schönes bauen? Wie baut man das denn überhaupt? Bei Fertigung. Da unter dem Reiter. Da kannst du irgendwas auswählen. Also das unten hast du die Materialien, die du so theoretisch hast. Und unten diese vier Stück, die vier Elemente. Und dann kannst du irgendwas anklicken, was du halt gerade bauen willst. Zum Beispiel Lenkrakete hier oben rechts. Und wenn das nicht rot ist, dann kannst du das halt bauen. Aber dann hast du noch genug Materialien dafür. Ah, okay. Dann dauert das halt eine Runde oder zwei oder so, bis das denn da ist. Ja. Ja, 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 ja. Ich mache ja schon. Oh, nein. Oh, guck mal, eine Kerze. Das ist ein bisschen kaputt, ein blödes Roboter-Ding da. Es pritzelt schon. Mist. Moment. Die Geräusche sind immerhin. Ah. Okay. Ich glaube, es waren Teile, oder? Ja. Glauben wir auch, ja. Ah, Gott. Da. Kriegst du direkt zurück. Hier. Schluck das. Hä? Nein. Hä? Hä? Ah! Halt! Wattenloch. Boah, 65, ey. Sie hat gesessen. Das ist voll Loch jetzt in dem Ding drin. Oh, da habe ich etwas anderes gefunden, das ich benutzen kann. Ja, die da oben. Massen, 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 Massen. Schönen Feierabend. Kann ich jetzt die Wurm-Würmer auswählen? Äh, naja, nur mit, ja. Achso, ja. Achso. Ah, verstehe. Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Und wenn ich fertig bin, dann drück ich was? Nein, ich glaube, du bewegst dich einfach wieder, oder? Oh, guckst. Oder drückst du wieder Leertaste oder sowas? Ah, ja, genau. Alles klar. Was ist das? Was ist denn das? Ein Mörser. Ach, du Scheiße. Also beim Mörser müsste ich ja theoretisch so machen. Richtig? Ja. Oh. Oh Gott. Nee. Oh. Was geht? Alter, das war's. Alter, was fliegt da unten runter? Warum? Oha. Das ist ja geil. Und ich hatte gedacht, die Granat fliegt einfach über das ganze Feld. Alter. Schön. Hat aber nicht wirklich viel Schaden gemacht, oder? Weil ich das jetzt nicht gesehen habe. Ja, wenn es sich glaubt, ich hatte nicht ganz alles getroffen, ne? Ich hab nur einmal 35 gesehen bei einem von euch irgendwie. Okay, von daher ging es ja noch. Gott. Oh, ein Wechselwurm. Ein Wechselwurm. Sollte man immer dabei haben, sein eigener Wechselwurm. Oh. 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 So, konnte ich aber nur einmal benutzen. Ja, genau. Wurmwechsel geht nur einmal. So, und das Basteln, das kann man auch nur in seiner eigenen Runde machen. Ja, ja, genau. Nö. Nicht? Echt? Also, ich hab vorhin auch, während ihr dran wart, gebastelt. Okay, das war's. Ah! Warum? Nein! Was war denn da? Was war denn da? Ey, mal jetzt ehrlich. Das war ja minimal, was da noch gehangen haben muss. Ja, das hatte ich ja vorhin auch mit dem Roboter. Oh, toll, ey. So ein Scheiß. Kann ich das auch benutzen? Ne, wenn er dran ist, glaube ich nicht. Doch. Hä? Nein! Das ist keine gute Idee. Das war das Ding, was so viele Teile geschossen hat, ne? Ja. Glaube, ne? Also, ich weiß nicht, hat sich das dann abgesplittert, nachdem es eingeschlagen ist? Oder war das irgendwie so, ne? Ah, okay. Das ist gut. Nein! Denkst du dich gerade selbst in die Luft vor? Ja. Okay. Ja, aber richtig dolle. Na gut. Mach mal so. Ja, ja, ich bin Profi. Ah, ja. Oh, Gott. Oh, Mann. Ich habe beide getötet. Lea wollte unbedingt 75 Jungfrauen. Ja. Sehr gut. Ey, dafür kriege ich aber mindestens das Doppelte. Oh, Mann. 144 Jungfrauen? Viel Spaß. So, was kann ich denn von da oben machen? Habe ich denn noch Schönes? Äh, irgendwas. Geh weg, da. Geh weg. Nein. 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 Verdammt. Bist. Huh. Genau die falsche Richtung gerollt. Ganz gedank. Weiß Ast. Baum. Was auch immer. Ist sowas, wo du dahinter stehst. Ein Baumstumpf, glaube ich. Spiebesser. Okay. Ich kann hier noch Schönes herstellen, hier alles. Gerade nicht so viel. Okay, lass mich. Wie macht ihr diesen Rückwärts-Halto? Äh, warte, sag ich gleich. Ja, was passiert hier? Nein. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Was war jetzt? Was ist mir jetzt anders vorgestellt? Wohl. Ging. Aua. Boom. Ja, nachdem war es auch noch. Oh Gott. Aua. Die Erdbeere. Du hast die Erdbeere kaputt gemacht. Das stimmt. Ähm. Na. Du springst und drückst. Also Doppelsprung und dann in die Gegensätze-Richtung drücken. Okay. Okay. Äh. Moment. Ähm. Sicher, dass du es da an der Stelle ausprobieren möchtest. Weh. Äh. Oh. Nicht das Auto! Ah. Okay. Bam. Ach, Mann. Ah, der Baum schon von mir. Äh. Das ist pure crap, by the way. Yes. Das ist pure crap, by the way. Das ist schön. Aber wirklich echt. Das ist so episch. Ähm. Bist du da eigentlich in dem Auto drin? Ja, du sitzt ja auch drin, ne? Ja, muss ich schon sagen. Hm. Was, was hast du vor? Nein. Aua. Verdammt. Mist. Mein Auto. Mein Auto. Das hat mein Auto kaputt gemacht. Der Schlingel. Das hat mein Auto kaputt gemacht. Und. Oh, ja. Okay. Nein, das gibt's doch gar nicht! Warum fällst du denn nicht ins Wasser? Mach da jetzt! Ah, nein! Oh, doch! Oh, nein! Das gibt's doch gar nicht! Das kann's doch gar nicht sein! Was hast du für ein Glück? Guck mal, ich hab noch zwei Punkte! Ja, aber du lebst noch! Ja! Toll! Aua! Ach so, ja, stimmt. Ich hatte ja hier noch was zu tun. Ich hatte ja noch was vor! Aber Lea! Warte, ich mach mir ein Foto! Warte, Moment! Ja, warte, jetzt! Jetzt! Warte, noch kurz Bart richten! Okay, jetzt! Äh, hab ich's jetzt? Ja! Hast du's jetzt? Sogennette Schopfgun-Werding! Ach, verdammt, da krieg ich auch selber Schaden! Auch das Geräusch! Ah! Ah! Die beiden Löcher! Oh, oh! Oh, oh! Äh! Selfie-Time! Was ist das? Halt! Verdammt! Verdammt! Was war das? Ach so! Das war eine Wassergranate! Ah, das war nicht weit genug! Mann, oh! Plup, 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 plup! Verdammt! Kann ja nicht einer von euch mal, dem Starlord, äh, die, die TS, äh, ID schicken? Weil ich krieg keinen Zugriff gerade auf meinen TS! Okay! Das Game hat gerade meinen ganzen Rechner verpackt! Komme ich aus meinem Fenster raus! Komme ich aus meinem Fenster raus! Grüß dich! Äh, ja! Warte, 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 warte! Na, gleich! Na, nach einer Runde oder so vielleicht! Also, bevor wir es nachher vergessen! Morgen ist es so spät! Oh Gott! Oh! 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 Komm! Ich schließ mich da raus! B side! Oh! Oh, bitte. Klapp! Ja, hau. Erfolg. Oh, das ganze Ding zerbummt. Ahoi, Zagruh. Grüß dich. Warte mal, wir haben hier neue... Guckt mal, Leute, wir haben hier neue hier. Der ist neu. Was ist neu? Der High Five. Ach so. Ha, High Five. Cool. Wir haben sie jetzt endlich durchgekriegt. Ja, sehr gut. Das ist gut. Was hast du vor? Was soll das? Nein. Nein. Der arme Tommy. Aaaaaah. Voll ins Gesicht, Junge. Geh ja schon aus eurem Turm raus. Dann wollt mich nicht. Ich geh dich. Wir wollen unsere Rangruhe haben hier drin. Oh, da habe ich noch etwas anderes in dir gefunden. Hm. Hm. Ich will ja gleich erstmal, wenn der dieses Dings anlegt. Das ist ja episch. Ähm. Warte mal, was da ist. Nee. Nee, was mach ich denn jetzt? Ich bring mich ja damit selber um. Ja, ich hab dich ja echt gern, weißt du, aber, aber. Oh, oh. Nein. Boom. Ah. Hui. Oh, Rutschpartie. Oh, Rutschpartie. Von einem Loch ins nächste Kreuz. Oh. Ey, der lebt noch. Verdammt. Wahnsinn. Oh, die Rache. Die Rache. Ready for action. Ready for action. Ich glaube, da kommst du nicht hoch. Ich glaube auch nicht. Hä? Was ist jetzt? Ach, das war es schon. Ah, scheiße. Das war schon meine Aktion. So ein Mist. Was? Wo bin ich? Welcher? Welcher ist es jetzt? Ist das bei dir auch oben? Ach. Ach, das Bruce ist dran. Oh. Ach, das ist der da bei mir, glaube ich, ne? Ach, ja. Okay. Quäle meine Einwohnung mit Schnapsverbot. Sehr schön. Nano 1800. Jawollo. Äh, warte mal, was hatte ich hier? Für dich gibt's Schnapsverbot. Für alle heute. Schnapsverbot. Oh, mein Gott. Das da? Was da? Ich probier's nochmal. Oh, die Heiligant-Granate. Oh, nein. Ach so. Wir haben Sarge und seine Liga aktiviert. Oh, nein. Hui. Und tschüss. Ja, das habt ihr aber verdient da oben. Stopp. Oh, Sarge. Dankeschön. Was denn? Du hast, äh... Fürs Dingsbums. Switch Prime. Ach so. Das geht jetzt erst durch? Das habe ich vorhin schon gemacht. Von ein paar Stunden. Echt? Echt? Das ist ja witzig. Okay. Krass. Naja, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen hinterher. Sehe ich's auch gerade. Okay, naja, mal hin. Guck mal, du bist jetzt Teil der Mannschaft. Ist das nicht toll? Endlich. Endlich. Und das schon vier Monate. Ja, kann doch mal sehen. Vier Monate schon. Warte mal, wie krieg ich denn... Wie kann ich denn mit ihm jetzt noch... Kann ich mit ihm noch irgendwas machen, dass ich irgendwie... Nein, bleib unten. Wie kann ich mich... Ah, ja, so ist gut. Nein! Hey, da kommt man nicht hoch. Scheiße. Verdammt. Äh, äh, äh. Wunderbar, sehr schön. Ist mein Seil zu kurz? Mein Seil zu kurz. So, wir sind gerade. Ich schon wieder. Du mit mir. Was? Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was haben wir denn hier Schönes? Was tolles noch? Na, das wird ja nix. Das krieg ich ja nicht hin. Vielleicht? Nein! Ist das Geräusch? Nachschub. Kommt noch keiner hin? Na, ich. Aber spiel mir ja, wenn er da oben mal irgendwann mit dran ist. Äh, häng dich fest. Ich hoffe, es passiert. Oh ja. Leas Feuerfaust wieder. Schmeckt mir ans Feuerfaust. Schmeckt mir ans Feuerfaust wieder. Aua! Oho, voll auf die Spitze. Aua. Äh, ich muss mich ausruhen. I just have to try and walk it off. Äh. Hahaha. Sacke. Finger im Mund und aufpusten. Mh. Muss'n. Let. Exhaustion. Win. Hmm. Got to be able to get out of a sticky situation. Wollte ich gar nicht? Warte, hab ich so nicht gewollt? Nein. Ah! Nein! Warum? Wohin ist das denn? Der war gut. Wunderbar. Einmal mit Popisarbeit. Sehr gut gemacht. Oh nein, Helikopter! Toll. Ja, Flo, die Maschine. Boah, krass. Zeug. Ich hab mir jetzt irgendwas cooles bauen hier. Boah, richtig krass. Was ist das denn? Boah, richtig krass. Dynamit. Wurmstachler. Ein was? Ein Wurmstachler? Bitte, meine ganzen Würmer alle verstreuen. Ach, da ist noch einer drin. Keine Ahnung, was das ist. Das baue ich mir jetzt. Gestalte etwas cooles. Das ist ein scheiß Proll. Meine Würmer sind alle tot. Spicy 12. Ah, nein, Aua. Nein, Lea, tu's nicht. Ist er tot? Tu's. Bring dich nicht in die Luft, Lea. Nein. 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 Lea. Aua. Warum? Die heilige Hand kam ab. Das war keine Absicht. Oh Gott. Oh, warte, ey. Moment. Ich muss mal hier... Wie war das? Hey, hallo? Ah, so. Moment. Oh, ich hab nur noch die... Ach, scheiße. Naja, mehr ist denn mehr drin. Ja, super. Okay, ich probier das jetzt einfach mal. Achso, da. Nee, 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 nee. Nein. Nee. Wo willst du hin? Wo willst du hin mit dem? Hopp. Gewickt. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Spät. Was? Ach, das ist das Seilding. Ah, okay. Ah, ist ja cool. Ja, das ist ja witzig. Ah, verstehe. Was machst du mit dem Scham? Okay, ja, jetzt weiß ich, was es ist. Ja. Ach, Mann. Erinnere mich, um deine Witze über dich zu halten. Äh, was reicht denn hier noch? Warte. Aha, warte mal. Nein, nein. Nein. Was hast du denn? Ach, scheiße. Mann, warum ist das... Ach, so beschissen verlegt. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön gemacht. Ihr macht euch alle selber tot. Oh, das ist doch so furchtbar. Warum ist der das so beschissen verlegt, ey? Ach, Mann. Ach, schön. Ja, Spielbergsfangen. Jawohl. Der kommt da immer noch nicht aus seiner Ecke raus, sag. Ah, das ist so furchtbar. Nochmal. Nochmal. Mann, krass. Was ist das? Hast du 114 Leben? Ist das richtig? Ist das richtig? Ist ja Wahnsinn. Was ist das hier? Was ist das? Oh, Gott. Das sind immer die Besten, wenn du sagst, was ist das? Bam. Das sieht nicht gut aus. Ich versuch's mal da drüben. Danke, Star-Lord. Das war sehr gut. Hä? Ey, nimm das weg. Was ist das? Eine Wachkanone. Das macht Geräusche. Du musst hier weg. Was passiert? Dann ist das. Was? Wo? Du hast, du hast, du hast, du hast die Welt wieder zum Untergehen gebracht, weil du hier komische Bomben schmeißt. Wo bin ich? Ach Gott, ich bin ja der schon wieder. Ey. Wenn ich nochmal... Was passiert im Schelden? Es geht ab. Ach, komische Leute. Ach so. Die komische Dinge posten. Aber Star-Lord hat's im Griff. Sehr gut. Wunderbar ist aber. Was habt ihr gemacht? Ich hab mich hoch teleportiert, weil ich da unten nichts anstellen kann. Oh, oh. Was? Was? Was macht ihr? Was ist denn? Ich hab mir auch nichts gedrückt. Was macht ihr denn da drinnen, ey? Ich hab mir los zur Seite gegangen. Was ist denn hier passiert? Ihr bringt euch alles gegenseitig um. Oh mein Gott. Er sitzt wie im Auto. Raus hier. Oh Gott. Was ist denn passiert? Ah, das ist ganz blöd. Der Sargent sitzt da noch drinnen. Ach, mich kannst du opfern. Ey, Fliege. Mich kannst du opfern. Sowohl in der Gemeinheit. Äh, Gemeinheit. Der Gemeinheit. Sowohl in der Gemeinheit. So gemein. Ach, so. Was? Was ist eigentlich? Was hat denn das Ding das Wachkanone da heute eigentlich gemacht? Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt bewege. Oh je. Bam. Oh Gott. Alter, was hast du gemacht? Was? Alter, krass. Was? Was war das? Was hast du da gebraucht? Die Bananenbombe. Das war die Bananenbombe. Ich wusste nicht. Ich dachte, die Schafbombe macht so viel Kraft. Jetzt geht die Stadon. Wir heiern. Äh, heiern. Wir heiern nur die Beste an. Wir heiern nur die Beste. Mann. Sehr furchtbar. Oh Mann, ich sollte nicht mehr reden heute. Alles explodiert. Da eine Zerstörung auf jeden Fall, ey. Heftig. Oh, Purple Eight. Äh. 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 An, äh. Oh, ist nervig. Ja, das hat... Ihr habt euch auch alles sehr, sehr selber kaputt gemacht. Aber total. Der ganze Tempel ist für den Arsch. Äh. Kann ich irgendwie... Ah, ich kann sogar schwingen. Okay, Moment. Schwingen, 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 schwingen. Hä? 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 Ha. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts, dass der Tempel... Ähm, was ist... Nein! Jetzt, warte. Nein, nicht das Spielbeer! Ja, doch. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Was hast du vor? Echt? Oh, das ist, glaube ich, sicher? Ganz sicher? Nee. Oh, doch. Okay, das war gut. Das gibt's ja gar nicht. Oh, oh. Mann, ich brauch bitter. Bitter. Ja! Nein! Warte. Ja! Mein fertig! Was? Mein fertig! Kann ich jetzt nichts mehr machen, oder was? Ja! Was, Heule? Geil! Geil! Kriegst du alles wieder! Kriegst du alles wieder! Kann ich's bauen. Ach, weißt du was. Okay. So ein Feigling! Feigling! Ja, jetzt springt er sich selbst in die Luft. BAM! Ja, das wär so episch. Ja, allerdings. Das sind diese Geräusche. Ah! Leave me alone! Bum! Oh, bitter! Ist das dein letzter? Bei dir? Nee, einen hab ich noch. Sweet hab ich noch. Hat der nicht nur noch einen, oder so? Dude! Ah, nein, ich hab mir noch drei. Nee, das hat auch noch. Hot hab ich auch noch. Stimmt, das ist die auch noch. Wo ist das Sweet? Sweet ist in der, in der Dings hier, in der Pyramide. Ach, da hinten. Sweet! Wait, there's bei Dude! There's bei Dude! Dude! Soll dich auf dem Rücken! Sweet! Soll dich auf dem Rücken! Nein, 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 nein! Ah, nö! Sie aber auch rudert! Ich kann das Inneren der Pyramide schon gar nicht mehr sehen. Ja, weil du keinen Wurm da drin hast, wahrscheinlich. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Du hast keine Pion da drin. Hey! Das war das Schubsen. Okay, jetzt habe ich nur noch zwei Würmer. Also eigentlich nur noch einen. Na, das töte ich ihn doch nicht. Aber bestimmt. Ja, noch 23. Bittar wird jetzt absaufen, dann habe ich nur noch hot. Haha, mit einem Punkt. Ja, mit Tschüss. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Mach euch alle fertig. Scheiße. Habe ich irgendwas Gutes? Oh, oh. Get your bearings and keep moving. Oh, nö. Wunderbar, wunderbar. Jetzt will das Wasser. Ganz großes Kino. Und schade, ey. Und jetzt noch ein... Das ist ja krass. Überhäte ich habe noch einen. Ne, mehr noch. Wo ist das? Mehr noch ein Wurm? Ja, da drin. Ein da drin, glaube ich. Ach, stimmt, ja. Du hast ja da drin noch ein. Ja, genau. Den sehe ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen. Der, der deinen eben gerade weggeflammt hat. Ja, stimmt. Dann habe ich gerade ganz ignoriert. Gepflammt. Hättest du nicht auch gereicht, wenn du eine normale Handkarte geschwiesen hättest. Nein, du musst ja gleich mal treiben. Der Helikopterhaut versingen. Na, immerhin bin ich episch gestorben. Okay. Jetzt kann ich das brauchen. Was mache ich denn jetzt? Dann gehe ich mir schnell was zu trinken holen. Ja. So, Lea. Ist das dein letzter? Ja. Aber shit. Hm. 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 Ich komme in der Ruhe wohl im Machen. Ja, die hat die letzte Ölung bekommen. Richtig. Ah. Weiß nicht. Warum? Ich habe dir nichts getan. Ah, nein. Na toll. Zu viel des Guten. Oh, shit. Kann ich dir noch Schönes machen? Ah, genau so die letzte Ölung mit der Heiligen Granate, ja. Jetzt sehe ich auch was. Das ist witzig. Ich sehe tatsächlich nichts. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nicht. Da oben. Typisch mal Maschine Flo, ja. Der steht da oben. Alter Feigling. Tanzt du da gerade? Meiner ist voller am Dancen. Ja. Ah, 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 ah. Warms alive. Warms alive. Nein. Ja, shit. Egal. Das muss reichen. Ja, das muss reichen. Alter. Ey, der ist auf Anland gekommen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Er lebt noch. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Oh, nee. Boah, wie gemein. Richtig fies. So, wenn er noch ein bisschen weiter geflogen wäre, dann hätte ich sie überlebt. Ah, schön. Oh, dann kommst du wieder rein. Kommt hier eine Motte rein. Alles erreichen, was ich wollte. Ah, schön. Na ja, ich hab sechs, äh, fünf Kills. Ich hab gar keinen. Was ist denn? Oh. Das war's. Hab ich schon. Das, das, das hast du Lea genau. Lea ist voll die Scharfstützung. Ich hab nicht mal das gekriegt. Krass. Das gebrache. So. Meine Würmer werden, werden sich rächen. Dieses Festung, ey. Wohmloch. Nein. War das Mutterland? Was ist Mutterland? Steht hier. Höhlen, einzelne Insel. Projekt für Anfänger. Ah ja, super. Mhm. Bin dabei. Nicht, schwierig. Wir nehmen das. Oh Gott. Und wenn man so... Das sieht so gut aus. Dann machen wir so. Okay. Ready. Das ist Mutterland. Äh. Äh. Keine Ahnung. Die sind so ein fetter Metallesel. Dass der dann über das Spiel fällt. Irgendwie so ein bisschen nach unten durch ein Loch macht. Oh nein. Tschüss. Oh, direkt zollt die vernichtet. Aber voll ins Gesicht. Aber richtig gemein. Oh, warte mal. Oh ja, das ist cool. Das brauche ich mal. Gucken wir mal. So kann man das schon machen, dass wir man... Ja, tatsächlich. Ja, ja. Bin ich hin? Äh... Äh... Bote für nicht doof. Mach ich denn jetzt. Bin überfordert. Äh... Äh... Haben wir ja noch cooles. Ja, dann... Krass. Nein, Schaf. Andere Richtung. Nein. Nein. Geh zurück. Du hast das nicht verstanden, Schaf. Nein. Schaf. Nein. Mann. Jawoll. Das gibt's doch nicht. Das Spiel hat was gegen mich. Warum springt das in die andere Richtung? Ich fasse es nicht. Oh, da kommt der Panzer. Bumm. Oh. Er gibt mir Mardois ran. Und er hat... Äh... Äh... Uuh. Zzzzzz... Zzzzzzzzzz... Er geht aber wieder nicht. Schliche Position hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Scherge. was machen was ist das ich weiß es nicht schergen sehen aus wie auch ok kann man übermachen ja du kannst auch du kannst auch beim fertigung die alte oma machen und die alte frau zement esel das ist gut aus der partei dafür das war nicht so gut dazwischen drin dann ist die kleine träubige und die man früher kaufen konnte ja so ein bisschen nein die panzer nein ganz schlechte idee ja sehr gut so viel bringt die dinger gar nicht man muss richtig einsetzen das ist mir 12 12 1, 2. Nein! Das hat ja gut funktioniert. Das ist so ein Mist. Surprise. Das könnte da drin sein. Let's go. Aber muss man sich die Waffen eigentlich manchmal vielleicht sogar noch holen oder kriegt man die direkt? Welche Waffen? Die Dinger, die man sich selber bastelt, weil was ist denn zum Beispiel diesen blauen Kisten gerade runterkam? Was ist denn da drin? Blauen Kisten sind glaube ich so Ausrüstung, also so wie Ninja-Seil und sowas drin. Ach so, okay. In den Kisten, wo so ein rotes Zahn, so ein goldenes Zahn drauf sind, da sind Teile drin. Ja, da sind Teile drin, ja genau. Kommt da schon wieder nicht hoch. Nimm das Seil. Nimm das Jetpack. Oder das Jetpack, genau. Stimmt. Und jetzt noch schnell. Nein, nicht die Feuerfaust. Ich finde die toll. Voll ins Gesicht. Guck mal, erstmal in den Spiegel gucken. Na, läuft, alles gut aus. Alles gut. Ja, hey, läuft. Ähm, guck mal noch. Eigentlich schon? Ne. Das ist komisch. Ein bisschen. Ja, nicht so schlimm. Ey. Voll der Würmchenhaufen da unten. Ja. Wenn sich da einer in die Luft springt, ey. Oh Mann ey. Was ist ein Vernichtungswaffe gesichtet oder was steht da oben gerade? Echt? Nee, nicht drauf geachtet. Weißt du, ich konnte dich so schnell lesen. Krass. Sag gerade im ersten Moment so aus. Wir sind dran. Will ich schon? Leer, glaube ich, ne? Ne, oder? Ne. Hey, der Käpt'n. I'm ready. Ah ja. Die Massen war nicht so saffert. Ey. Das war klar. Auch was war nicht so, hol ich mir. Oha. Oha. Na toll. Ihr seid tot. Ich glaube auch. Der Blick, den der Wurm drauf hat. Aber kann er auch suchen. Das ist ja cool. Das ist ja noch gar nicht. Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Brennt. Brennt von der Hölle. Ah. Ah. Ach, da bin ich ja noch drin. Da stehe ich auch drin. Ja, du hast dich gerade enttötet. Verdammt. Aua. Aua. Oh nein. Oh Gott, jetzt hieß ich gar nicht umgelegen. Einer nach dem anderen. Aber Spice ist auch gleich tot. Ja, jetzt ist... Oh nein. Nein, jetzt ist Hott um. Die Hott auch noch. Spice, tu's nicht. Du bringst Hott um. Spice, nein. Nein. Gott sei Dank. Hott hat's überlebt. Hott. Hott lebt noch. Was für eine Massenvernichtung. Ja, auf jeden Fall. Äh, okay, warte. Was mach ich denn? Ah, ich war... Ich hab ne Idee. Wie der Sarge da wieder abhottet gerade. Ja. Und da steh dich leer. Das wird... Das wird ganz übel werden. Nicht den. Moment. Du tust nicht das, was ich gerade denke, dass du tust. Gerade konnte ich dir noch leiden. Jetzt ist es vorbei. Die Sarge und un-sweet. Boom. Aber guck mal, ich war nett. Die haben noch überlebt. Na, gerade so. Ganz knapp. So. Äh. Nein. Habe ich dir das da gerade gekriegt? Ich weiß nicht, irgendeine Waffe. Ach so, hier, warte mal. Was will ich das jetzt mal setzen? Stuff a circus surprise? Was ist das? Ich will dir, was passiert, wenn es falsch geht. Waaaaaah. Bam. Alter. Oha. Oha, mir ist heiß. Alter. Was ist denn eine Explosion? Der war krass. War das das Stuff a circus surprise Ding? Ja, genau, der war das. Krass. Siehst du, den musst du erst noch aktivieren? Ah, okay. Alles klar. Musst du gar nicht. Ich dachte, der ist da so im Inventar. Ha. Bam. So, ein Feuerball, Junge. Fuck, ey. Hast du das gebaut oder hast du das selber gekriegt? Ne, das habe ich gebaut, ja. War auch ganz schön teuer. Ja. Oh, das ist nicht gelohnt. Genau, das Ding habe ich nicht auch gebaut. Oh, Mann. Sie sah aus wie ein Burrito. Zeig-Kuh und das war allerdings ein Trudat. Aber im Endeffekt. Das hat Bumm gemacht. Das ist entscheidend. Auf jeden Fall. Aber so richtig. Große Bumm. Das hat große, das hat große Bumm gemacht. Wöhm, habe ich da nur noch zwei, drei? Gerade was ich mit... Geh. Geh doch nur mal sicher. Ohohoho. Aua. Ohohoho. Das ist mir ganz schön steif gefroren. Ne, was? Steif aus? Ne, ganz schön steif geworden. Man muss nicht so schnell lesen. Und da fällt es. Na toll. Na super. Ohne, ganz gesehen. Da hinten. Kommt da schon wieder nicht raus. Der Wurm zu fett? Ja. Ach, Mann. Doppelklick. Jetzt. Okay. Hey King, grüß dich. Hey King, grüß dich. Willkommen. Ahoy. Na super. Und dann, ich meine ganzen Würmchen noch, die ich noch habe. Wer ist? Na, einer sitzt im Panzer. Ja, einer steht da hinten. Ach, da und ist. Und der hat das nur da. Ne, der hat das nur da. Das hat da unten. Ja, ganz unten. Der ruht sich aus. Was, 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 warum, warum? Was habe ich hier getan? Nein. Oh, was? Der lebt noch. Ne, der lebt noch. Ja, der spiel mir halt durch. Pass es nicht. Senpai, grüß dich. Na, man. Na, man. Oh, shit. Shit, shit, shit. Der hat einen Panzer. Raus aus dem Panzer. Na klar. Mit dem Panzer eingesackt. Habe ich eigentlich? Ne. Ich glaube, die... Oh. Der lässt den Panzer zurück. Bazzi, grüß dich. Sind wir hier noch? Bazzi, ahoy. Was habe ich da noch Schönes? Habe ich noch was Witziges? Was Witziges? Ne, warte mal. Das bringt nicht viel. Oh, shit. Oh, shit. Fire is the key for survival. Äh. Oha. Toll. Cool, Mom. Ja. Das war ja, ich spiel heute mal was anderes. Ah. Verdammt. Warum eigentlich hab ich die Armato hat eine neue Kiste? Bin ja gar nicht dran an der Kiste. Aber ist dein Zug jetzt? Achso. Äh, ja, wahrscheinlich hältst du damit zusammen, so. Jetzt die Geräusche im Hintergrund, ganz witzig. Wie klappt das? Was ist das denn? Na toll, das ist super scharf. Was ist das denn? War ja klar. Du, 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 du. Kannst du das selber legen? Alarm! Ja, aber auch exakt auf mich zuhält. Hä? Oh, it tastes like it low. Jawohl. Das ist super. Nein! What, Caleb? Denk auch noch. Ja, das ist super scharf. Ja, das war klasse. Ah, herrlich. What the fuck? Ja. Das ist super scharf. Viel Spaß, Charlotte, in der Arena. Viel Spaß. Nein! Lea nicht. Ja, doch. Geh weg von diesem Roboter. Wie der Volkstar wollte ich dir nicht wünschen. Hast du ja. Viel Spaß, Charlotte. Spring einfach ins Wasser. Nein. Nein. Bam! Flo! Flo wird ganz faltig. Das sag ihm mal, ey. Freut er sich. Und den noch schön in die Maschine setzen, ne? Jawohl. Na klar. Nicht unklammer. Na klar. Oh, hot. Spiel mir der Kämpfer, der hält durch. Bis zum Schluss. Ich muss das ganze Zeug einsacken. Ja. Auf jeden Fall. Hab ich fast verloren. Was soll ich machen? Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der letzte Wurm gefallen ist. Der letzte. Das stimmt wohl. Oh oh. Oh oh. Lea, nein. Nein. Nicht auf Lea. Bam! Ah! Gleich beide erwischt. Oh ja. Bei meinem Plan. Muss Schaden anrichten. Schaden auf Verwüstung. Ready for action. Ready for action. Ja. Soll ich noch mal was cooles jetzt so? Hat einer Starlaut jetzt schon die Dings geschickt wollen? Ich habe es kopiert, aber ich weiß nicht genau, wie ich ihn schicken soll. Das ist einfach mal über Twitch. Ja, kann ich ja nicht über Twitch. Ich habe hier übrigens drin. Steamlabs. Ja so. Warum nicht? Komm, was soll's. Ich über Steamlabs auch schicken, guck mal. Nein! Obwohl es reißt, okay. Was ist das? Oh Gott. Was? Brenn doch. Nein, es ist heiß. Brenn doch. Ein bisschen. Ach Mann. Ist mir der Panzer übrigens noch? Nein. Natürlich nicht. Ach. Ein schöner gestopfter Truthahn. Finde ich nicht gelohnt. Mh, okay. Ähm. Ähm. No, oh. Kommt das da an? Du voll durchziehst, bestimmt. Au. Ah. Bringst du dich jetzt selbst mit um? Ja. Ja. Egal. Ah, ah. Ah. Wie der Dodo noch hochgeflogen ist. Ja. Scheiße, was ist das denn hier? Und die Waffen, die man sich jetzt gebastelt hat, nimmt man die dann auch in die nächste Runde mit oder? Nicht mehr. Äh, wie in die nächste Runde? Nee, nächste Runde nicht. Nein, reicht nicht. Das ist pure Krab, by the way. Das ist pure Krab? Das ist pure Krab? Warte! Ich kann nicht weiterfliegen. Ah, 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 ah. Was war das denn? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Spärzen, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Jawoll. Geht schon. Okay. 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 Er fällt wieder schwere Geschwitzer auf. Wohne, ich sehe nichts. Ah, 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 ah. Lieb mir alone. Hat jetzt aber gar nicht so viel Schaden gehabt. Nee, war. Und jetzt auch mehr, Herr Rattes. Das wirkt immer alles so großartig. Boom. Und dann passiert nicht viel. Dann passiert eigentlich gar nicht so viel. Das stimmt. Jetzt zur Abschreckung. Okay. Oh, oh. Was ist denn? Der plant was. Oh, ja. Kann ich das nehmen? Was ist das? Sieht aus wie ein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Affe? Ui. Ja, ein Schafwerfer. Nein, ich töte mich. Selber? Schafwerfer. Dreh nochmal um. Nein, ich töte mich. Ach, Mann. Die Schafe sind einfach so großartig. Ja, dann mach's lieber da. Ach, Mann. Das wäre so cool gewesen. Oh, no. Ja, sehr gut. Das kann Hot gebrauchen. Irgendwie so hoch. Nee, da komm ich nicht hoch. Muss ich wieder hier. Verdammt. Oh, Mann. So. Okay. Alles klar. Bin soweit. Hast du es geschafft? Ich, äh, 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 äh. Nee, das ist blöd. Das ist auch unkleber. Komm schon. Was, 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 warum? Warum? Nein. Bam. Ah, scheiße. Ich muss mir noch verschaffen. Mann. Eine Schafsuche war das genau. Ja, Schafsuche. Was ist das denn hier? Ah, 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 ah. Hab ich eine sehr ahne, Kiel. Hier ist es. Der Betoneseel, tatsächlich. Ah, krass. Der war ja. Aber der OMG-Schlag, der klingt auch interessant. Ja. Was sind hier noch? Ist irgendwas keines? Immer von uns. Wo ist der denn drunter? Ganz rechts. Direkt dahinter. Der Betoneseel ist... Ist das mein letzter? Na ja, in derselben Reihe. Wo der Betoneseel ist, ist es weiter dahinter. Nee, frag mich gerade, ob das mein letzter Brom ist. Achso. Ja, das ist dein letzter Brom. Ja, das ist dein letzter. Oh, scheiße. Zia. Das ist natürlich ungünstig. Das wird doch wieder nix. Stink das auf, ihr Kilt. Ach. Ach. Bum. Bum. Ne, voll ins Loch. Du hast die ganzen Leichen. Bum. Was war das denn? Auch der Panzer. Der Panzer ist immer explodiert. Hey, drei Schaden. Ein Schaden. Eine Schafsuche. Auf jeden Fall. Der Käpt'n macht mir alles kaputt. Ja. Soll ich machen? Brutale Zerstörung. Auf jeden Fall. Nicht gut. Oh, der Sieg hier mit ihrem Roboter. Na ja, den Such aus. Ja. Der hat ja noch drei Würmer. Kann ich da nicht hochspringen? Ha. Doch, geht. Oh Mann, ey. Jetzt kommt es mit dem fetten Fied an. Oh, bitter. Ist es dein letzter? Nee. Nee. Zwei habe ich noch. Oh Gott. Oh, oh. Ja. Bam. Oh nein, ich war. Es heißt. Oh, heiß. Ja, und du? Lea? Das heißt jetzt. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt tun? So. Ich habe aber nichts, was große, große. Ich bumm, obwohl auch habe ich. Oh, Armageddon, ey. Das ist krass. Wie kriegt man denn das Bananenzeug hier? Bananenbomben, eine Samen, oder? Das musst du finden wahrscheinlich, ja? Hm. Mhm. Ja, das ist Öl. Na. So. Was haben wir? Oh Gott. Hä? Das ist ein Bananen gewesen. Oh, krass. richtig kaputt gemacht das war die haben es ganz schön drauf also wenn die alle treffen oh ja bananen sind halt ganz schöne kalorienbomben ich sag so ja es ist so geil mit heulenden wölfen hat eine maschinengewehren insel weg die bananen dinge sind so krass bei beiden genau was hatte was hat dieser gleiche was mit boom warum ich überleg gerade du hast wenigstens weniger leben noch das wird so oder so ein angriff ja ja das finde ich nicht gut so oder so was echt genau 50 nein das war ja das ist jetzt schwierig wird man jetzt marken jetzt mit nummer hier ich würde sagen ich mache mal das hier und probieren wir mal so aus die bunkerbombe war die bunkerbombe kiste und die eingesteckt ja denk an den klub schiebt ja ich habe dir gestern mein herzens klub schiege schenkt ja das stimmt was genau mache ich da gerade ich weiß es nicht ich glaube ich habe mein helm festgezogen ich weiß was jetzt kommt die feuerfaust ich habe gedacht du fällst ganz runter ja hast du gedacht aber ich bin ja nein nicht mit bitter noch drei minuten ach so es geht noch nach zeit okay okay ja dann kommt jetzt geht das hier das sanders wieder los also dann geht das wieder los zeit für bitter es wird es wird bitter ich schaukele noch ein bisschen ich schaukele das wird meine würmchen schaukeln sie für ein wurm schaukeln ich schaukele meinen wurm so lange wie es mir gefällt das wird es gibt los hat er da hinten hat noch voll viel leben und ja jetzt musste ja muss man die richtigen klopper raushauen hier ja was ich habe ja kaum noch was dann er hat sich selbstständig gemacht was machst du star lord er hat mir schön den buzzi gesperrt das war nicht persönlich das war versehen von star lord das kommt vor der übt noch er ist es haben wir dieser macht noch nicht er muss mit dieser macht noch lernen umzugehen ich kann mich nicht entscheiden was tue ich jetzt irgendwas auf jeden fall irgendwas von der zeit leer ist okay ja genau ich bin auch schwer geschwitze auffahrt er macht eigentlich gar keinen sinn weiß es nicht ich nehme den bitte nein bitte das wie symphonie warum 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 macht er das nicht weiß ich oder zurzeit alles gut ihr habt mir das mit dem pfeil wechseln gemacht die seite richtung der fliegt achso muss doch gar nicht das geht bitte bitte warum war mit deinem loch verendet ja da jetzt bin ich tot ich glaube ich habe nicht mehr viel womit ich irgendwas machen könnte wird es nicht auf die entfernung okay noch nicht so groß egal egal habe ich denn noch was ich hier womit ich hier großen schaden anrichten können irgendwas ich mein so viel schaden brauchst ja gar nicht mehr ich muss eigentlich nur ganz knapp treffen und wer den man trifft mich also der mittel also ich lieb mir lieb das die taste die würmer ich sag's euch yeah die leckeren Würmer oberwurm Junge schnell jawoll das ist sehr schön ah episch jeder hat fünf geschafft diesmal jawoll siege achso muss er drei siege machen das ist doch drei runden zum sieg drei hast du eingestellt ja ah ok ich dachte es wären drei runden insgesamt ok na gut dann ist es nur ein bisschen muss das harte das harte jetzt aufgehalten werden er hat schon zweimal gewonnen das gibt's ja gar nicht niemals niemals das ist wie bei gengis wenn ich kurz davor bin zu gewinnen gewinne ich auch nicht war schon so oft davor kurz davor und dann und dann dann doch dann hat es doch wieder nicht funktioniert so was kann noch etwas einstellen hier und breit runde vier why why warum dachte einer schreibt noch m y m b c hey hey du ah hatten wir schon gerade in stadt verdammt ich war dran warum sind da oben leuchtet ein telefon was sind das wo leuchtet ein telefon leuchtet ein telefon geht doch einfach mal ran was ist denn nur dran und euch ich welcher von der wir da oben der da ja wieder der roboter natürlich hat aber nicht so viel gebracht die schönen einen von mir selber auch noch weggeschmissen nein ich hab mal eingebunden spicey oh nein ich troffel oh nein was werde ich mir nie verzeiht spicey spicey ich lass mir morgen tattoo stechen spicey warum unforgettable spicey genau erstmal in den roboter steigen oh das glaub ich nicht das wird bewünscht ja nein ich dachte jetzt geht mit dem roboter als im g jesus jesus oh der landet genau ne oder fast fast ja bei jazz hands boavey hm Tommy ist auch mal einer, der immer als anfangs stirbt, also, das ist echt voll fies. Ja, Moment, das ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwie stirbt Tommy immer als erstes. Der hat gar keine Chance. Wir lassen ihm keine Chance. Ja, ich glaube, in den letzten zwei Runden hat Leer ihn auch gleich so mit 100 ins Wasser geschubst. Ja, glaube auch. Ja, mit Tommy. Der ist wie Kenny. Wir haben Tommy getötet. Oh, da war's noch thing else. Ich hab da mit Hörtert, ihr Schweine. Au, aua. Du hast auch das bei oben, oben links in der Ecke im Bildschirm so ein Telefon ist, das gerade so ein Shade? Nö, bei mir nicht. Auch bei mir schon. Okay. Ich komm nicht raus. Jetzt. Burger Dinner. So. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Nachricht vor dem Chat geschrieben hab, kann das sein? Ach so, das kann sein, ja. Das kann doch nicht möglich. Ich seh das nicht, aber bei mir scheint das sowieso gerade irgendwie monitormäßig verpackt zu sein. Wie gesagt, ich kann auch gerade nicht auf ein... auf ein... ...T-S oder so zugreifen. Ah, okay. Bei mir ist gerade mein linker und rechter Monitor alles in einem verpackt. Das ist nicht gut. Das liegt nur an der Anwendung. Ich denke, wenn ich das nachher schließe, dann geht's wieder. Sonst hätte ich Starlight ja auch schon die Daten schicken können. Ich kann halt nicht auf ein TS zugreifen gerade. Ah, er geht wieder schwere Geschütze auffahren. Er ist wieder ein Paar... Oh, nee, das bin ich. Ja. Nein! Du es nicht! Lauf! Lauf zu schießen! Lauf zu schießen! Lauf, schieß! Nein! Lauf, schieß! Lauf! Spielmeer, nein! Da haben wir es wieder, weißt du? Oh, schweres Geschütze muss ich nehmen. Bam! Aufsache, boom! Richtig. Aufsache, große Boom. Aufsache, große Boom. Hör mal, diese blöden Kanten hier überall. Ja, ich komme auch nicht so richtig damit klar. Es ist so furchtbar. Ach Gott. Äh. Äh. Na toll. Ich bin jetzt hier. Ja. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Das kommt drauf an, wenn du die Idee zu Ende geführt hast. Kommt drauf an, genau, bis es endet. Ach, warte, warte. Come on, name. Ach, warte, warte. Genau, ich habe so gedacht. Ne. Feuer! Ich bin aufgeschießen. Ja! Aua. Mächtiger, weil der Boom. Das hat wahrscheinlich jetzt nicht so viel gebracht. Oh, das sah ganz gut aus, tatsächlich. Der Herze, den... Oh, nee, den Roboter hat es nicht zerlegt. Äh. Nicht wirklich, ne. Noch nicht. Massenvernichtungswaffe. Oh Gott. Was ist denn Tasty? Wer oder was? Was? Ach, hier oben. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie ich bin. Alles klar. Oh, die beste, äh, beste Tankstelle der Welt. Was witziges, was ich da jetzt machen kann, vielleicht zu von mir aus? Ne, obwohl, warte mal. Doch. Nein, das springt zu weit. Oh, nein. Das springt da, was nicht hin soll. Na toll, jetzt hat es sich festgebracht. Ey, es hat nur das Rot. Du darfst gleich laufen. Bleib rot. Jetzt, jetzt kannst du. Bumm. Verdammt, ich dachte, das kommt. Das ist Pure Krab. Ja, das ist Pure Krab. Das ist Pure Krab. Wichtig, aber da pumpen, leider nicht. Verdammt. Da hat das, prallt an meinem Roboter ab und kommt dann zu euch gelaufen. Nein. Ah ja. So war der Plan. Sie weg. Oh, das Bruce. Na, dance da ab. Was haben wir denn hier schildert? Oh, shit. Ja, weil du für die Massenverdichtung Waffe haben willst. Genau das halt. Wow. Jetzt hat er geklappt. Weil sie wohl das Problem nicht. Na, toll. Na, sind. Siehs nicht. Ah, was? Nein. War das jetzt die Bunkerbombe? Ja. Verdammt. Ich sag, das war die Massenverdichtungswaffe. Nee. Die tolle Massenverdichtungswaffe war eigentlich nur ein Schaf. Na ja. Schafe sind echte Massenvernichtungswaffen. Ja, das stimmt allerdings. Lass mal ein Schaf frei. Schaf, Schaf. Nein. 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 Lea, steck wieder fest. Ja. Das ist schrecklich. Ne. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, das Bogen? Das war das Ding. Ein Nimmati. Oh, oh. Oh, oh. Au. 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 Aua. Voll ins Gesicht. Mein Pansch, mein schöner Panzer. Kiste. 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 Ja. Lass nochmal Spielball ran. Kiste. 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 Und schnell wieder abholen, ne? Kiste geriffen und wieder weg. Quatsch, hast du dir gedacht. Genau so, wie sie das gehört. Jetzt will ich das mal ausprobieren, hier. Was zum? Was zum? Was ist das? Oh Gott. Oh, Cluster, oder? Oh, was? Ein Dämonenschlag. Eich, du Scheiße. Versehen, bringt das auch irgendwas? Oh, war ja schon. Ja, so, ja. Nein, spiel her. Nein. Jetzt bist du Bärlos. Jetzt bin ich richtig Bärlos, so ne Scheiße. Bist völlig Bärlos. Gib auf. Wie er lacht. Was soll diese Szene? Hallo? Hallo? Hm. Er ist gerade gekriegt. So, hier. Er ist eigentlich ein Leck. Ach so, Elektromanide hat bestimmt irgendwas mit Bauen zu tun. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Au. Nein. Ja. Ja, nein. Lebst du doch? Der hat einen neuen. Nee, noch nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt sitze ich natürlich genau auf dieser Kanone drauf. Ja. Aua. Ja, mächtiger Badaboom. Werde mich rechnen. Bei Grab das Hammer. Bei Grab das Hammer, ich werde mich rechnen. Du wirst gerecht werden. Hier müsste ich mal wieder gucken. Mal wieder Bock drauf. Wo war das denn nochmal? Der Lexi Quest. Ah ja. Bei Grab das Hammer. Du wirst gerecht werden. Was hat sie denn da nicht schon wieder gebaut? Was ist das? Was baut die denn da für komisches Zeug? Bist du nur 30, Bazzi? Ich glaube, deine Uhr geht falsch. Oder du bist ganz woanders. Ja. Scheinbar. Vielleicht ist es auch ganz woanders. Vielleicht ist es auch ganz woanders. Das stimmt. Oh, was ist das? Was ist das? Bam, bam, bam. Ist gar nicht so doll. War das so ein Cluster? Irgendwas? Ja. War gar nicht so, wie ich gedacht habe. Der Panzerhof, auf diesen kleinen Film. Ja. Er ist auch voll am Zittern. Ja. Ja, ich auch. Auf seiner Stelle. Ja. Das stimmt. Ich fühle mich auch nicht wohl. Oh, was hat das denn? Irgendwas, was ich... Was witziges, was ich jetzt hier noch irgendwie mal so... Naja, nee, nicht wirklich. Wobei wir da machen. Zeitzone. Ah. Zeitzone. Okay, wo bist du denn, Bazzi? Ich gehe nach USA. Oder so. Wut? Was zum... Wut? Was? Warum? Weil ich es kann. Warum? Sarge. Aha, der Panzer. Aua, der Panzer. Oh, scheiße. Mexiko City. Oh. Krass. Was machst du in Mexiko City? Urlaub? Ich hoffe. Arbeit? Ich hoffe nicht. Ist der Panzer noch nicht kaputt? Nein. Nachdem explodiert jetzt. Was zur Hölle? Oh, die... Voll die harten Geschnitte, ey. Der ist doch schon tot. Nein, noch nicht tot genug. Der muss noch toter werden. Ich war boring. Urlaub, ja, dann machst du es richtig. Und es ist weiter in Mexiko. Ach, juhu. Was war das? Achso, Energie. Ja. Feuerfaust, Lea. Feuerfaust, Lea. Wir nehmen Lea, es nur noch Feuerfaust. Willkommen an Bord. Lea, Feuerfaust, Mascha. Ja, genau. Ne, ist der Titel jetzt. Kann ich da hoch? Bestimmt. Oh, ja. Jetzt kommt es wieder. Feuerfaust! Oh, das ist... Was? Bitte? Krass. Oh, ja, doch. Na gut. Nicht gut. Knapp daneben. Ja. Ist aber auch vorbei. Ist doch... Loser! So ungefähr. Hier ist es schon noch getanzt, ey. Du bist hier. Ne, 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 ne. Hä? Nein, bin ich doch gar nicht. Achtung, sauer. Ah! Weil das ist ein bisschen heikel. Andererseits? No. Wobei, warte mal, nee. Wir müssen sehen. Gott, ich bin mit sowas immer so schlecht. Nein! Das hat nicht gerecht. Stamm! Was war das denn? Basuka einfach nur. Ach so. Wollte sich hinten runterschießen. Das ging nicht. Die Boggy. Das Boggy. Der Boggy. Ui, 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 ui. Ah! Oh, das wird wieder nichts. Ach, Gott. Das heilige ein Granate. Ah, Gott. Nein! Ah, wir gehabt. Ah! Halleluja. Ach, Mann. Wie ich mich wieder freue. Der Dodo kommt zu mir. Tö, 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 tö. Grab it! So ehrlich. Ah, Urlaub in Mexiko City. Könnte man mal machen. Könnte man auf jeden Fall machen. Yes, sir! Irgendwie sind alle unsere Zuschauer im Urlaub. Neulich irgendeiner aus den USA, wobei ich glaube, der war beruflich da, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Kitty auf dem Malediven. Ja. Ick! Wo, wo willst du hin? Komm zurück! Feuerfaust, weiß nicht, ob das was bringt. Feuerfaust, Lea! Nein! Äh, hallo? Man fragt sich, was hat sie vor? Wo hinkt der denn hier? Da hat er einen kleinen Zippel, da ist er so jetzt. Kleine Zippel. Nein! 20 Kilometer vom Stadtkern entfernt, wow. Krass. Und, schön da? Ist es warm? Das stimmt, oder? Persönlich fand Mexiko City ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Wollen wir mal kurz da? Ein bisschen gruselig. Okay. Boah, Lea kascht hier alles ein. Jetzt ein Hubschrauber. Oh, jetzt wird's knapp. Ich wollte mich noch so ein bisschen verstecken. Nein, das ist nicht verstecken. Das ist nicht verstecken. Das ist nicht verstecken. Ach, Mann. Was ist denn, Mexiko City gruselig? Weswegen? Ah! Du hast mich abgelenkt. Sehr gut, aber alle... Aber alle schöne Runde verschwendet. Danke schön. Was kann ich hier dafür? Warte, warte, warte. Ich fand das gruselig, weil... Nein, ich fand das gruselig, weil gerade als ich da ankam, so fette Polizeieinsätze gerade waren. Ich bin ja nur vom Flughafen zum Hotel und dann am nächsten Tag wieder zurück. Aber da war die halbe Straße mit Polizei abgesperrt und hieß es dann irgendwie Drogenaktivitäten. Also hier, Massaker, Drogen und so. Aha. In dem Haus da an der Straße. Das fand ich irgendwie ein bisschen beseitigend oder so. Ich bin noch so halb müde. Okay. War so mein erster Kontakt mit Mexiko. Sehr gut. Jetzt nicht so. Aber viele, die in Mexiko waren, ich kenne, die da wirklich Urlaub gemacht haben, haben gesagt, das kriegt man davon normalerweise nicht viel mit. Vielleicht war ich im falschen Stadtbezirk. Keine Ahnung. Und der Airline konnte sich kein... Solltest du vielleicht nicht immer das billigste Hotel nehmen, ne? Meine Airline hat das gebucht. Ich habe da mal nix zu tun gehabt. Die sollten vielleicht nicht immer das billigste Hotel nehmen. Ja, war vielleicht das einzige. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja meistens immer Flughafen da, aber das war schon ein Stück weg. Oh, scheiße. BAM! Oh, oh. Hä? So was? Oh ja, das war das schon mit dem Panzer. Nein, was zur Hölle? Immer noch nicht? Oh, was? Sargent sitzt dann sein Panzer. Komm ich hier bloß... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte. Warte. Ja, doch. Ja, warte. Jetzt warte doch. Ja. Das tut mir so leid. Das ist irgendwie gerade so ein Mix aus Lachen und Weinen. Will ich? Ah, Captain Star. Jawohl. Ach, ist all der Geiz. Bumm. Boah. Bumm. Autsch. Alter. Autsch. Boring. Was? Was ist explizitiert? Warum? Weiß nicht. Du hast es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe wohl was fallen lassen. Ach so, das war, weil das ist jetzt Maschinengewehr? Kann sein. Ach ja, stimmt. Ja, das kann sein. Ja, ich glaube auch. Wer hat aber auch mein Glück hier? Irgendwann lande gerade ständig. Ich weiß nicht, was neben mir. Aber ich sage, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Drei. Träne eines Wurms. Kriegt man denn sowas? Aber was ist dein Eindruck von Mexiko City? Bin gespannt. War ja auch nicht lange da. So ist 16 Stunden. 3, 2, 1. Oh nein. 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 Boah. Aber wie ist sie auch durch das Gebäude geschossen? Aber richtig dolle. Warum bleibt das denn an dieser blöden Kante hängen, ey? Das war so ein typischer PUBG-Move, was ich da nachdem wo reinschmeißen wollte. Oh Mann, ey. Richtig kaputt gemacht. Nein. 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 Ah, ja gut. Obwohl. Pff. Der war ja nicht mehr so viel zu holen. Widerschreit. Leave me alone. Der war auch eigentlich nicht für Lea gedacht. Aber ich habe echt noch kein Gefühl, wann ich wie wo mit Pfeifen... Ja, ich auch überhaupt nicht. Das war wo. Der Sargent in seinem Panzer. Ja, ich sehe. Der hält durch. Da sind sie dran. Also der Sargent immer noch. Krass. Jetzt muss der Panzer explodieren. Au. Was? Jetzt raus hier. Schnell weg hier. Weg hier, der Panzer. Oh Gott. Nein. Sie leben noch. Sie leben noch. Immer noch. Das gibt es doch gar nicht. Was? Surprise. 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 Ah nein. Nein. Jetzt hat sie hier komisches Vehikel da noch. Der Fliegeviech. Moment. Ah, das gibt es ja auch nicht. Moment. Erstmal Kiste holen. Jetzt fährt so schwere ich jetzt auf. Das muss doch endlich mal zu Ende gehen mit denen da. Ja, echt? Das muss doch endlich mal kaputt gehen. Floh, der Sarge. Aua. Der Panzer steht an. Ich dachte gerade, er steht immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aha. Warum muss ich ausgerechnet Granate in den Mund nehmen? Ach. Okay. Alles klar. Ach. Die letzten Dodos, die noch umsteht. Ich wollte die Dodos Friedhof. ok ok was 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 nein so mein freund wir müssen reden das leer in ruhe was hast du da banane was scheiße das ist krass diese bananenbomben wenn die richtig trifft na super voll zerlegt alle lehrt noch zwei bürmer oder ach stimmt da oben ist auch noch einer tatsächlich in der gas station also jetzt habe ich nur noch ein ganz freundlich zweieinhalb mal umgebracht ja richtig richtig heftig zerlegt meine güte ich habe ein roboter verlassen ja du weißt schon dass wir sagen nur einmal gewinnen muss immer noch da oben das wird doch nie was töte sie dann sind wir so zu dritt hier noch ein wurm hier noch ein wurm du musst doch du musst in die mitte zielen und dann ganz hoch und dann einfach volle pulle geben das bleibt doch wieder an diesen fitzelchen da hin ja dann schieß nicht auf das fitzel hier schieß an fitzelchen vorbei ist doch ganz einfach was ist das problem einfach zu hoch schießen und volle boh und volle kanone aber richtig raus muss er sich erreicht haben ja das wird gereicht haben der sturz war ja schlimmer verdammt wer hat die rechen oh gott und er wird 1g1 dunkel sein 1g1 die 1g1 richtig viel kann und ich sitze da wie auf dem präsentierter da oben ziemlich natürlich obwohl 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 sehr gut oh gott da ist die ketten töten müssen verdammt verdammt vier Wochen im mexiko ist natürlich auch cool krass quasi nice ja genau sammeln denn scheiß noch ein das ist eine ganz blöse positionen hier Ich werde mich jetzt so schmerzen, um hier zu bleiben. Ich sage, dass jemand anderes neben mir ist. Nein! 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 Oh, scheiße. Das war mal. 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 Ja, Herr. Toll. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Leer Feuerhand. Leer Feuerfaust. Marsha. Nein! Nein! Was war da? Er ist hängen geblieben. Hänge fest. Lebe ich noch? Ja, ganz schön. Oh, klopp. Oh, klopp. Oh, klopp. Oh, klopp. Oh, klopp, ey. Oh, herrlich. Oh, nein. Er tanzt das mal da unten drunter. Sehr schön. Oh, warte. Warte, warte, warte. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Hol dir das nicht! Oh, Gott, nein! Was machst du? Ja, holt sie jetzt mal alles scheiße und lebt sie auf. Ah! Sehr wie viel. Sehr wie viel. Sehr wie viel. Sehr gut. Oh, Gott. Irgendwie gerettet. Ääh. 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 Nein! Neinn! Das wird nichts. Oh, Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Das gibt's doch nicht. Oh, Gott. ja knüppel mich doch aber hatte ich mir nicht gerade das erste hilfe ding geholt das ist gerade schon wiederkommen das ist auch episch wichtig gerade erst mal schön meine tasse tee hingehalten hat wieder hochkampf man krieg wieder knüppel ab weil das wir doch was wir noch kurz tanzen warte und dann ist das feuerhaus leas move wer will ich jetzt episch zugrunde jetzt habe ich die motto in meiner hand zerrückt verdammte scheiße ich spreng mich jetzt für luft und leer fällt ins wasser die druckerpresse schmeißen das ist aber ganz schön fieser move sehr cool jeden fall war ich bringe folter ihn folter ihn jetzt hier erst mal schön verstecken bunker kämpfe jetzt geht's ab was ist das denn schon wieder schon wieder diese punkte das ding auch noch nicht mehr ich bin gar nichts ja auch nicht kommt da was kommt da was ja moment ja moment moment ich baue noch warte gleich geht los aah aah shit ich bin so was von tot jetzt holt er bestimmt seine massenfall lichtungswaffe raus ich würde ja gern hier ganz gerne wird das ding hier testen würde aber der wird es das ist ganz blöd weiß ich jetzt schon ganz blöde position dafür mut zum risiko eingeh weg schön wir ja hier noch begrüßt ne hallo so schön dass ich hier gar nichts sehe ich sehe nur irgendwelche vorma in den fenstern oh god nein der ezel was macht sie ziegel was machst du mit der ziege das sieht komisch aus ich mach sie lass die ziege los lass die ziege los was machst du hör aufs damit was machst du mit der ziege ist das übel das sieht nicht normal aus wo willst du hin ja ziege die bringt sich freiwillig um oh nein die hat sich freiwillig umgebracht oh nein weil du was mit der ziege gemacht hast okay oh nein jetzt habe ich meine chance versaut lea feuerfaust kommt ja nein hier 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 nein nein ich feuer muss leer oder die lide der ja um auf Nummer sicher zu gehen ich hatte eine hundertprozentige Chance zum verkacken ich wollte das schaf vergewaltigt hast ich wollte sie sie getesten der oberwurm nein es doch nicht wahr ich glaube hier gibt es wird es keinen endgültigen gewinner geben mir fehlt nur noch einer ok eine runde machen wir noch mal ja dann ist aber auch ja dann machen wir noch mal eine höhle so du willst du dich wieder schön oben in der ecke verkriechen kannst du wohnen die höhle ist doof eine einzelne insel hat er sieht gut aus das ist hübsch ja breit das sei auch raus ich wollte nur die ziege test ich wollte nur die ziege test jetzt habe ich auch den hörer oben wahrscheinlich weil du gerade etwas geschrieben und ja deshalb würde ich dir wahrscheinlich wollte nun die ziege das sagen immer alle ich wollte die ziege test noch kommen was soll der geiz oder trittst noch ein bild weißt du einfach so das war die acht scheiße obwohl war ja mittig ich bin ich welcher ist es mexikos cool ich sehe mich nicht wo bin ich neben hot und sweet hat uns wie mexikos cool hat schon ein paar coole ecken so was ich jetzt in den paar stunden ich da war gesehen hat fand ich schon cool wenn man halt den negativen erlebnissen so aus dem weg gehen kann kappel auf schnell die kerze angemacht guck mal guck mal heute guck mal sweet tu mir leid du warst die einzige wie er gerade erreichbar war ja ja immer diese aus das ist das für ein boot da oben links hinter dem kirchturm krass der sieht aus wie ein grabgerät ja ja buddelfiech was stimmt übel ist so ein panzer und panzer das spielbär in ruhe der hat ja nichts getan nein aber so muss auch immer dezent rechnen ganz kurz ja ganz kurz nein ja hatte kurz verbeleid machen dass wir das und dann lernt er fliegen und homerun boom fassen oh nein ist jetzt sitzt sich deiner ecke der ecke hat mir gefallen um stahl drauf auf der ecke hihihi die reucheln episch hihihi hochscheiße oh ah er fällt die schwergeschütze auf ist denn ihr gut aber nur einmal getroffen ein bisschen schaden ein bisschen schaden kann nicht schaden ich habe wieder so eine ganz böse befürchtung aber ja ich auch nicht er will doch nur leben leben er hatte nur sein kaktusfelder nein ja nein aber tommy steht doch echt immer an der ecke aber echt das sind schöne melonen das sind meine melonen das sind meine melonen vom schwindeln oh man zum lück guckt er nicht zu er wird nur misshandelt er wird nur misshandelt er wird nur misshandelt oh nein nein meine melonen ja ich hab kein dings mehr verdammt äh feuer auf haust jetzt gibt's rache feuer auf haust meine melonen sehr schön komisch von lea siehste war ja auch richtig lea faust ja genau die nicht genau so ja ah anu 18.00 ist schon ein ganz merkwürdiges spiel muss ich sagen die packen ganze schweine in konservendosen aber was ist das jetzt für das ist ein mörser glaube ich ja ja aber was macht der er schießt eine kugel und die teilt sich nochmal auf und prallt oder glaube ich kommt zurück dann mit drei kugeln nochmal irgendwie so ja ja knüppel knüppel immer hot ja ist ok ich merke schon ihr mögen nein feuerfaust lea macht feuerfaust richtig show luke oh god ha 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 jetzt krieg ich auch noch schaden weg 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 nein ja genau gern die mörser dann auch was hast du da ein ala huum war ja natürlich das er auch genau zwischen denen also toby wird misshandelt und ziehen was kommt als nächstes was ist das eigentlich hast du da weiß es nicht genau es ist eine wachkanone ich glaube ja gebaut hat so muss ich die werfen oder schießen also man okay das ist intrigan ja das ist scheiße okay macht ihr was gerade und bedeckt das geht auch noch auszuhalten ja mexiko im sommer er hat es aber jetzt echt auf mich abgesehen was weiß ich muss das aushalten das war episch ein geschenk der götter ja das wird das zeit wir uns ja bestimmt schon sehr wechselhaft die regnen sonne regen sonne gewitter wolkenbruch nicht das ding wenn jetzt das sollte in ruhe nein löst nicht aus löst nicht aus erst mal frisurisch er ist ja wichtig ja natürlich überhaupt schon dran ja ich glaube auch ja oder nee nee der sitzt da unter dem panzer ist hier noch irgendetwas der plan nein das war doch ich muss ja ein bisschen auch an die runden denken ja führt so das geht gar nicht eigentlich hätte ich ja die andere lea wegschießen müssen so weit wäre es nicht gekommen was war das oh nein ist das die oma ja oh scheiße die pups sie hat mich vergiftet begrünen ist krank toll oh man oh lehrte für die ganze panzerarmee auf jeden fall das war nicht so gut ich habe gedacht das ist ein bisschen präziser oder macht er so sprünge das ist ja voll doof ich würde das boot da benutzen aber ich glaube da hat man ja aber ich habe da rein gucke ich ja dem kompletten wir wissen ja es ist ja kein boot ich glaube das ist ein wühler oder so ja das bohrboot krass wo ist hin okay ich habe muss bohren oh ja o nein das bohrboot o mein gott nicht immer noch ja ich glaube er verliert jetzt auch pro runde irgendwie 55 punkte ja ganz toll mal gucken wie lange hat die oma pups vergiftet ist auch gut woran bist du gestorben auch oma pups jetzt nicht ich höre die ziege schon wieder aber ich sehe sie nicht die mag das und wie sie um zappelt die will doch weg ja guck mal wie die weg springt und ein komm nicht zurück nein 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 was willst du denn hier warum Warum? Jetzt komm! Ähm. Nein! Und jetzt? Was machst du mit der Ziege? Ich weiß es nicht. Okay. Aua. Oh, sehr schön. Dead End. Ja, genau. Das passt super leid. Toll. Was machst du mit der Ziege? Jetzt bist du über diesen Ziege vergewaltigen musst. Nichts super leid. Kann das nicht für gut heißen? Hä? Hast du dich da gerade reingesetzt? Achso. Ja. Ich hab dich da gerade rausgeschmissen. Ach, das geht, ja? Ja. Wo willst du hin? Hau! Äh. Stopp, stopp, stopp! Bleib stehen, bleib stehen! Ah! Oh Gott. Das wär jetzt aber episch. Oh, 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 oh. Buddelt sich hinten runter. Nee. Achschu! Hat das eigentlich gemacht? Er hat auch Schaden gemacht, ne? Ja. Habe ich denn noch so? Ja, Schaden hat's gemacht, glaub ich, oder? Ja. Ja. Der ist doch schon krank. Der ist doch schon krank! Lass aber lass das! Was? Waren? Hab ich überhaupt was getroffen? Ja. War mir so aus, dass ich nur die Umgebung zerstört habe. Erkennt mir, Martus. Stirb zur Vorsicht hin. Ja, Heilung! Heilung für die Menschheit. Sterb hier. Für die Würmer. Ja, Herr. Eine Lungenentzündung oder sowas. Ein Pupse. Wieso krieg ich eigentlich gerade richtig Bock darauf, mal wieder Plugging zu zocken? Ich weiß nicht, woher es kommt. Woher kommt das wohl, ne? Oh Gott. Nein! Ich lebe noch! Nein! Ich wüsste, dass jetzt gerade passiert hier. Ich will nicht an der Erkältung sterben. Bring ihn um! Bringst du ihn leer! Nimm ihm sein Leiden! Erlöse ihn! Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ach, schade. Aber könnte schon gereicht haben. Weiß nie, glaub nicht. Ja. Ich glaub auch nicht. Das ist pure crap! Nein! Alter, der toll ist. Stär mich noch schneller! Das ist pure crap! Stär mich noch schneller an der Erkältung. Typische Würmergrippe. Weg kennt sie nicht. Ja. Es ist Zeit für bitter. Oh Gott. Das wird bitter. Oh ja, das wird bitter. Oh nein! Bloß der Jungs hier in der Gruppe. Du kannst ihn nicht umbringen. Was mach ich da eigentlich gerade? Wo zieh ich da eigentlich gerade hin? Nein! Flo, danke, ich trinke einen Tee. Aber nett. Oh oh! Verdammt! Oh oh! 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 Na toll! Flo hat's erwischt! Flo hat's erwischt! Na toll! Flo, gut jetzt bei den Dodos. Na Gott, der hat's noch. Eine Runde lebt, der gibt noch. Oh nein! Musst ihn heilen! Ich weiß doch nicht wie! Da ist Heilung, links da, guck mal unter dem Panzer. Da ist Heilung! Ja, da komme ich nicht weg, glaube ich. Du musst den Wurm wechseln! Kann ich nicht! So, bin da dran! Du bist dran! Wechseln den Wurm! Kann ich wechseln! Ach Mist! Kannst du die Käpt'n sterben lassen! Das geht nicht! Das ist deine Würmer führungslos! Ja, ich weiß! Deine Wurmer weh ist ohne Führung! Äh! Au! Nein! 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 Hat der Glück! Hat der Glück! Schön abgeprallt an dem Ding da! Oh, ey! Glaub's nicht! Lebt der noch? Einen hat er noch! Echt? Ja, einen hat er noch! Vielleicht kann ich nicht sterben mit einem! Vielleicht kann ich nicht vergiftet sterben! Das kann sein! Typische Würmergrippe! Ah! Wie viele Würmer hab ich denn noch? Zwei noch! Toll! Die hat echtes Panzerbataillon, ey! Am Start! Ja! Das stimmt, ey! Warte, lass den Zart erst zu Ende tanzen! Jetzt! Au! Ich hab keinen Plan, wo der ist! Was ist denn? Nein! Was? Was? Na toll! Was? 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 Weil wir beide raus sind? Ich vermute mal! Nee! Ich hab das Stream noch! Wo der Standbild! Ja! Bis jetzt! Nö! Was? Nö! 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 Wolltest du das Spiel weitermachen? Oder ist das gespeichert? Ich hab kein Plan! Nö! Das hatte ich jetzt komplett rausgeschmissen! Zum Anfang hin! Nö! Das sind wir wahrscheinlich beide jetzt! Oder alle! Wahrscheinlich! Wurde unterbrochen! Du gehst zurück zum Hoppen! Also ich kann jetzt anscheinend gar nicht mehr Internet auch machen! Bei Steam ist auch gerade alles weg! Das Steam? Also bei mir ist bei Steam gerade alles hier Verbindung unterbrochen! Ja! Das kann natürlich schon durchaus sein! Das hatte ich aber heute Nachmittag auch schon mal irgendwie kurz! Oh Gott! Na toll! Na toll! Ja! Stimmt! Tatsächlich! Na toll! Aber sehen wir es mal so! Es war dann eigentlich so gut wie unentschieden! Es war dann halt nur unentschieden! Niemals! Niemals! Ich kann dich nicht akzeptieren! Niemals! Niemals! Niemals akzeptieren! Wir haben alle gewonnen! Alle haben wir gewonnen! Wir sind alle Gewinner! Wir sind alle Gewinner! Und was haben wir gelernt? Wir sind alle Freunde, Freunde! Und wir sind alle Freunde, Freunde! Genau! Das war ich! Alle dabei waren natürlich! Das war gestern! Jetzt hast du den Krieg! Jetzt hast du den Krieg! Sagt die mit dem Panzern weißt du! Ja richtig! Warte mal! Wieso kann ich denn jetzt eigentlich nicht? So! Jetzt! Kannst du das jetzt nochmal Star Wars schicken? Ja! Ich arbeite schon dran! Okay! Jetzt ist die Steam gerade auch durch aufgehangen! Das liegt blöd! Das gibt keine Verlierer! Ja! Ja! Haben wir! Sehr gut! Gut! Hammer gemacht! Ja! Es gibt sogar ein neues Update bei Steam gerade! Also von daher! Kann ich nicht sagen! Bei mir ist immer noch Verbindung unterbrochen! Ja! Bei mir jetzt gerade irgendeine Update gezogen! Ähm! Ja! Sehr schön! Na gut! Dann unfreiwillig beendet würde ich sagen an der Stelle! Unfreiwillig beendet! Ja genau! Alle haben unentschieden! Eindeutig! Und äh! Ja! Ich würde sagen wir sehen es dann spätestens! Ja! Mal gucken! Freitag wird ja nichts! Diesmal leider! Da bin ich! Klappt leider nicht bei mir! Ich färts wie im! Auf jeden Fall! Genau! Sarge ist auf jeden Fall am Start! Wir werden ein paar Rennen mit euch fahren! Und dann mal gucken! Ich weiß nicht ob vielleicht mal Lea und ich noch was zusammen! Vielleicht machen Lea ja noch was mit! Ja genau! Mal gucken! Und dann würde ich sagen sehen wir uns vielleicht nochmal die Woche mal gucken! Vielleicht Donnerstag nochmal! Überlegen wir mal! Schauen wir mal! Genau! Ja! Dann würde ich sagen an der Stelle Dankeschön dass ihr noch alle dabei wart! Und äh! Danke an Sarge! Danke an Lea! Ja immer gerne! Dann schlaf gut! Bis zum nächsten Mal! Der Käpt'n meldet mir ab! Ciao! Gute Nacht! Ciao!